PEN & PAPER Rollenspielrunde Wenn du merkst, dass das gerade nichts für dich ist, dann überspring die Szene oder schau einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und damit viel Spaß! Sie lügen, wenn Sie sagen, das Licht sei der Ursprung. Ich habe es gesehen und weiß, dass die Dunkelheit unsere wahre Heimat ist. Und nun, da diese Dunkelheit ihr Recht am Himmel fordert, fliehen die feigen Lügner, die Alten, die Sterne hierher zurück. Doch hier warte ich und ich werde ihre Seelen wieder finden. Ich werde euch alle von ihren Lügen befreien. Das Licht muss enden, damit wir alle zurückkehren können in die Unendlichkeit der Dunkelheit, von der wir kommen. Ich bin Arant Talwar. Und wer soll mich aufhalten? Für pair. Ich bin Arant Talwar. Und wer ist hier? Untertitelung des ZDF, 2020 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 nicht mit zu den Salamandersteinen. Der Koala gehört in Aventurien oder nach Aventurien. Ich weiß gar nicht, ob der offiziell im Bestinarium ist, ein Koala. Ich glaube, das Bestinarium von der inoffiziellen Version auf jeden Fall. Ja, irgendwo gibt es bestimmt Koalas. Wir sind auf jeden Fall, wenn ihr hier meinen Mauszeiger sehen könnt, irgendwo hier in den Salamanderstein, in den Salamanderstein inzwischen, weil ... unsere HeldInnen Zugang bekommen haben, sich hart erkämpft haben, den Zugang zu den Salamandersteinen und zum Salamandra, den Waldelfen einige diese Fragen beantworten mussten. Und ja, sie haben es geschafft. Aber kurz bevor sie das geschafft haben, hat noch ein finsteres Irgendwas-Etwas, ein mystischer, ekliger Schatten, sich auch noch Zutritt verschafft und das Tor zum Salamandra gesprengt und ist vor euch in die Salamandersteine eingedrungen. Und ihr seid hinterher und habt jetzt das erste Mal, also gen Ende der letzten Folge, auch erlebt, wie komisch das ist, in dieser Ecke Aventuriens herumzulaufen. Hier ist irgendwie Zeit und Raum nicht so, wie es so funktionieren soll. Das Wetter auch nicht. Das Wetter auch nicht, genau. Und ihr habt aber die Wegmarken, die euch aus der Vision noch bekannt waren, schon entdeckt, den Felsen, auf dem die Krähenrufer-Sippe hauste, da habt ihr passiert. Ja, und es struggelt jetzt ein bisschen mit den örtlichen Gegebenheiten, um die auch jeder irgendwie anders zu empfinden scheint. Und ihr habt euch beim letzten Mal entschlossen, eine Pause einzulegen, ein Nachtlager zu suchen, bevor Lumin, der schon ganz viel Enthusiasmus an den Tag gelegt hatte, denn endlich auf die Berge hochklätzern und kraxeln darf, richtig? Exakt. Solltet ihr noch ein kleines Nachtlager einschlagen, obwohl Nachtlager hier ein bisschen merkwürdig ist, weil, wie gesagt, Raum und Zeit hier alles so ein bisschen eigenartig ist. Also, mal steht die Sonne für zwei Minuten oben auf der Mittagshöhe, mal ist sie wieder untergegangen und dann kommt sie nach fünf Minuten schon wieder hoch oder bleibt ganze fünf Tage nach oben oder bleibt ganz weg oder es ist ganz eigenartig. Ihr wisst, habt doch irgendwie jeglichen Anhaltspunkt verloren, wie lange ihr jetzt da gerade schon, seitdem ihr das Tor passiert habt, unterwegs seid. Ja, und vielleicht können wir noch mal ein bisschen einsteigen heute mit einem kleinen Zurückblick, denn der Slyfe hat mir gesagt, er hat das nachgehört, die letzte Folge und hat sich so gedacht, schon so, was hätte mein Snorri denn eigentlich gemacht, als Shaiyariel ihm von diesem Schiff erzählt hat, das sie gesehen hat. Vielleicht kann Snorri ja mal was dazu sagen, was er irgendwie gedacht hat, bei seinem Schiff oder so, bei der Erzählung des Schiffs. Also, als ich das gedacht habe, habe ich gedacht, der alte Snorri, der sein ganzes Leben lang Schiffe gebaut hat und sich für einen ziemlich talentierten Holzbearbeitungsmenschen kennt, der weint einfach nur. Weil dieses Holz einfach so wächst, man sieht keine Bearbeitungsspuren, man kann es nicht machen, sondern es geschieht einfach und er wird sich vorkommen wie ein Stümper, ein Blender und ein Hochstapler, wenn er das sieht. Und gleichzeitig wird er total beeindruckt sein und wissen wollen, wie das funktioniert und völlig on fire. Das war so mein Gedanke, dass Snorri irgendwie sehr nahe geht und schon auch bei seiner Berufsehre und bei seiner Lebensaufgabe so ein bisschen packt. Man hört dich nicht. Serie, die euch ja begleitet als weidelphische Kundschafterin, die nickt dann, wenn du ihr dann beim Lagerfeuer etwas davon erzählst oder so, meint dann, ich glaube, ich fürchte, selbst wenn man dies dir erklären würde, würdest du es nicht begreifen. Und ich glaube, selbst die Frommer heute würden das nicht mehr begreifen. Das hatte ich schon befürchtet. Also währenddessen hole ich so eine, hole ich mein Messer und ein Stück Holz, was ich, was ich hier in den Bergen gefunden habe, hervor und also schnitze dabei für Menschen schon relativ fein. Aber für Elfen stürmperhaft schnitt sich so dieses, das, was mir, was mir Shariari erzählt hat, in diesen, in diesen Stock rein. Und das Ganze geht so über in eine, in eine kleine, kleine Berglandschaft. Und andeutungsweise, also es ist wie so ein, so ein Brett oder so ein, so ein Stamm und ich baue wieder, bastle wieder so ein Diorama da raus über den ganzen Abend. Und ganz, ganz an der anderen Ecke in der Bergwelt sitzt dann eine kleine Gruppe an einem Lagerfeuer. Ja, es schnitzt da eine ganze, eine ganze Zeit lang, bis er das alles fertig bekommen hat. Ja. Wollt ihr irgendwie versuchen, für diese Nacht oder nicht Nacht, irgendwas aufzustellen, was euch irgendwie Orientierung gibt, wie viel Zeit vergeht? Oder irgendwie, da wollt ihr Wachen aufstellen, oder? Wachen würde ich auf jeden Fall sagen. Oh ja. Ähm. Ja. Wir sind immerhin auf fremdem Terrain und wir wissen, dass, äh, böse, böse Dunkelheit schon durch dieses Tor gebrochen ist. Ähm. Von daher stellen wir Wachen auf und weiß ich nicht, brennt hier Feuer ab? Können wir ein Feuer machen? Ja, Feuer brennt, ja. Okay. Dann hoffe ich, dass man sich grob darauf verlassen kann, wie, wie weit etwas abbrennt. auch wenn ich mich darauf nicht verlasse. Du musst das, du musst Vertrauen haben, Lumien. Dass es so brennt, wie du es kennst. Ja, das ist der Traum. Ich hab gelernt, man kann den Traum auch ein bisschen beeinflussen. Wenn wir halt unseren Willen haben, nicht aufzwingen, aber damit in Einklang bringen und ein bisschen formen. Es klingt seltsam, aber ja, ich denke mal, das wird funktionieren. Es wird funktionieren. Ich hab Vertrauen in Marburg, dass das funktionieren wird. Also in diesem Vermächtnis der Völkertraum hab ich ja, hab ich das relativ einfach formen können. Ich konnte Licht herbei, beschwören mir, ein Schild, ein Schwert herbei holen. Das hat problemlos funktioniert. Das hab ich hier bereits mit einem Kompass versucht. Das hat aber leider nicht funktioniert. Also scheint dieser Traum ein anderer zu sein wie der letzte. Und vielleicht hat der letzte uns allen gehört. Deswegen haben wir alles gefühlt. Und dieser Traum gehört vielleicht irgendjemand anders. Deswegen haben wir da nicht so. Elfen? Das könnte vielleicht, weil wenn ich mich wieder, und er konzentriert sich wieder darauf, einen Kompass zu kriegen. Wenn ich mich hier auf etwas konzentriere, funktioniert's halt nicht. Das hier ist auch eher ein Wachtraum. Und das, was dieses Lied der Mondsippe war ja ein Schlaftraum. Das hier ist, ich glaub nicht, das hier ist kein Schlaftraum. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, woran man das festmacht. Also klar, Schlaftraum ist, wenn man schläft und dann träumt. Aber wer sagt uns, dass wir wach sind? Vielleicht liegen wir noch auf dem Platz und schlafen noch. Du kriegst Norris Stock dieses Ding so in die Seite. Die grobe Seite. da vorne so. Pock, Pock. Ich wollte gucken, ob du wach bist. Ja. Und du sollst es ja auch merken. Pock, Pock. Gut jetzt. Ich bin die die Stoffe ab. Ich dachte, ich dachte, du wolltest wissen, ob du wach bist. Okay, wir können es ja mal bei dir testen und jetzt piekst ich dich so ein paar Mal. Au! Au! Okay, ich bin auch wach. Bist du wach? Sag mal, wie alt seid ihr? Oh Mann. Alte Leute dürfen mal Spaß haben und der Jungs sprung sowieso. Ich sag ja nichts dagegen, aber gut, wie gehabt, ich würde die Lumin, guck dich etwas an. Willst du auch wissen, ob du wach bist? Und hält den Stock so in deine Richtung. Danke, ich weiß, dass ich wach bin. Sicher? Okay, da, Pieks. Und ich stupse nur einmal an. Man braucht aber nicht schlafend sein, um in einem Traum zu sein, meint Siri. Sag ich ja, es ist eine Art Wachtraum dann. Oder wir es hier nicht so formen können, den Traum so einfach wie in, du sagst es, wie in diesem Vermächtnis der Völker oder in dem Traum vom, den wir zur Überprüfung waren. Das war schon eine seltsame Erfahrung. Wenn ihr beiden die Traumprofis seid, dann sagt uns gerne, wie wir an unser Ziel kommen. Das nächste war, bitte, einfach weitergehen mit dem Ziel, mit dem Ziel vor Augen, würde ich sagen, mit dieser Lichtung, mit den Eiben und dem Steinkreis. Aber das hat doch schon heute den ganzen Tag nicht so gut funktioniert. Ich glaube, wir waren einfach noch zu, waren dann zwischenzeitlich zu verwirrt und abgelenkt. Woran machst du das fest, dass es nicht funktioniert hat? Ich weiß es nicht, weil wir so im Kreis, weil mir so vorkommen, als wäre ich im Kreis gelaufen. Bei mir ist es so vorgekommen, als wäre ich die ganze Zeit gerade ausgelaufen. Und der Rabenfelsen ist viel weiter weg, als ich vermutet hätte, dass er hinter uns weg ist, weil so lange sind wir nicht, können wir nicht. Es hat sich nicht so angefühlt, als wären wir so lange gelaufen, dass er so weit weg ist. Also Siri, du meinst, wir gehen einfach weiter und kommen schon irgendwann an? Ja. Und Wenn wir kommen sollen, kommen wir an. Verschmero, du meinst, wenn wir uns stark genug alle auf das Ziel konzentrieren, dann kommen wir dort eher an? Dann, wenn wir so oder so gehen, dann können wir auch währenddessen an unser Ziel denken. Ja. Oder alter Mann und guck Snorri so ein bisschen schelmisch an und reicht ihm seinen Stock wieder. Ja, ich denke auch. Aber lass uns erst mal schlafen. Schlafen hört sich gut an. Ich mache die erste Wache. Ich weiß, dass ich immer die erste Wache mache, aber wir können sie gerne zusammenhalten. Ach so, tut mir leid, das hatte ich vergessen. Aber auch gern, oder schlägt sich irgendjemand um die mittlere? Nicht unbedingt. Zweifel kann ich auch die mittlere machen. Ich glaube, unsere Magier wollen ja immer irgendwie möglichst eine durchgehende Rast haben oder sowas. Nicht wahr? Nur. Das wäre ganz gut. Dann. Dann stehe ich wohl früh auf. Okay. In die letzte Wache. Das heißt, Taschmero und ich machen die erste Wache. Snorri und Arithio wegen mir machen die zweite Wache, wenn er das gerne machen möchte. Und Shagyariel und eine unserer Magiergefährten oder so machen die dritte Wache. Klingt nach gutem Klaren. Hervorragend. Ja, dann halt mal teilt ihr die Wachen ein und Taschmero bei der ersten Wache fällt dir schon ein bisschen auf, dass die Umgebung hier so ein bisschen getränkt ist von irgendwie so Hintergrundmelodie. Das bist du ja auch schon gewohnt aus dem Waldelfischen Siedlungsbereich. Mhm. Aber es ist nicht so präsent wie da, aber es ist schon irgendwie da. Mhm. Ja, und die, die, wenn die, sobald die Nacht irgendwie schon reingebrochen ist, ist sehr, also die Wolken ziehen schnell vorbei, mal langsam, sie schieben sich nach rechts, nach links, nach geradeaus, nach oben, nach unten, wuff. Wenn sie denn da sind, also es ist irgendwie, jetzt würde das alles im Zeitraffer ablaufen über dir, obwohl die Nacht halt das Feuer ganz normal anzudauern scheint. Mhm. Und die Sterne, wenn sie denn dann sichtbar sind, funkeln, ziemlich einladend über dir. Was guckst du so und folge deinem Blick? Siehst du die Wolken? Sie, ich würde sagen, sie tanzen, weil sie bewegen sich in alle Richtungen, nur nicht normal, während das Feuer hier unten bei uns brennt, wie es werden sollte. Es ist wirklich eine verwunschtene Welt, verzerrte Welt. Absolut. Sehe ich das mit den Wolken auch? Ja. Na, hervorragend. Dann sehen wir ja glücklicherweise mal was das Gleiche. Das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Ja. Bin gespannt, wie das hier abkommt und was passiert, wenn wir dort ankommen. Mhm. Man hörst du auch diese unterschwellige Melodie? Es ist ein bisschen anders wie in den, wie im Elfendorf, aber, und vor allem auch sehr viel leiser, wie so ein Vogel, der entfernt irgendwo singt oder ein Vogelschwarm. Aber hat so eine Traummelodie quasi. Hier davon aus, ich hör das auch? Ja. Ich muss ja immer fragen, wir sind jetzt in der Traumwelt. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ich dachte, das wäre noch ein Ohrwurm oder sowas, aber scheint vom Wind getragen zu werden. was ihr unterschiedlich wahrnehmen könnt, ist, dass Taschmero auf dem, auf das Gebirge blicken kann, was sich vor euch erstreckt. Das sind halt wirklich hohe Gipfel und manchmal sind sie halt von den Wolken umkreist und manchmal nicht. Und auf dem allerhöchsten Gipfel, den du sehen kannst, scheint manchmal so eine Art Licht aufzuflackern, während die Wolken nicht davor hängen. So wie dann, wie ein Stern, der da irgendwie funkelt, aber das ist halt auf dem Berg oben drauf. Lumin, siehst du das da ganz hinten am Horizont? Das flackert, als würde eine Herzsteine. Du musst vielleicht eine Weile vom Feuer weggucken. Es erinnert mich an die Figur, die wir zuletzt, vielleicht ist es unser Ziel, erinnert dich an die Lichtgestalt, die wir gesehen haben, bevor wir erwacht sind. Meinst du, sie bestehen wirklich aus Licht? Obwohl, wenn wir hier in einem Traum sind, kann sie aus allem bestehen. Ja, sie war aus Licht. Dann sollten wir dies als Ziel nehmen für morgen. Also Lumin sieht das nicht, das ist das Einzige, was ihr unterschiedlich seht, deswegen gesagt. Ich gucke einfach nur mal so in die Richtung und wenn du meinst, da ist was, dann wird das schon stimmen. Ich sehe bisher kein Licht, aber wenn du meinst, das sieht man nur hin und wieder. Es pulsiert wie so ein flackernder Stern, aber ja, jetzt ist gerade eine Wolke davor. Leider nein. Aber vielleicht will Mabo dir den Weg zeigen. Es kann sehr gut sein. Also das ist auf jeden Fall unser Ziel. Ich weiß nicht, wie schnell wir da sein, aber also wenn das was oben auf den Bergen ist, werden wir auf jeden Fall noch eine ganze Weile unterwegs sein. Und wir wissen ja noch nicht mal, also vielleicht auch nicht. Da kriege ich schon wieder Kopfschmerzen, wenn ich drüber nachdenke. Ja, es ist so, wie sagt Erich immer so schön, Vertrauen haben. Gucke auf Erich wie er da seelenruhig schläft. Ja, sein Vertrauen hätte ich auch manchmal gerne. Ja. Dann haben wir ein Ziel für morgen in die Richtung des Lichts. Was hielst du von der Verhandlung? Man hat, es war sehr seltsam. Sie haben wirklich gemerkt, dass sie unsere Eins nicht verstehen, unsere Art zu leben und es auch teilweise nicht verstehen wollten. Dieser Traum, das gemeinsame Traum, den wir hatten, hat, denke ich, wirklich einigen die Augen geöffnet. Auch wenn sie es halt nicht zu 100 Prozent akzeptieren, dass wir hier drin sind, verstehen sie es doch zumindest. und wir verstehen auch, ja, ich verstehe auch ihre Seite. Das ist dir, man kann fast sagen, wie etwas Heiliges und ich gehe da, oder es ist ein heiliger Ort für sie und man will nicht irgendwelche Ungläubigen zum Teil da drin haben. Aber die sind ja nicht unglaublich, wir haben ja unsere Ziele klar gemacht. aber es war schon sehr verwirrend, weil sie haben mich dreimal das gleiche gefragt. Ich habe mir die gleiche Antwort gegeben und sie wollten es nicht verstehen. Ich glaube, es lag zum Teil auch einfach an ihnen, weil sie es nicht wollten. Wie war es für dich? Frustrierend. Das ist mir vorgekommen, als hätte der Fragesteller nur das Ziel gehabt, uns so lange dieselben Fragen zu stellen, bis jemand in eine Richtung geht, wie er sie gerne haben möchte oder wie er sie für seine Zwecke hin nutzen könnte. Ja. Und Aricio meinte ja schon, da gefällt einem seine Macht so gut. Ja. Das hätte ich nur unterschreiben können. Dabei wollen wir nur helfen. Wir sind auf diesem Weg. Wir haben alle diese Visionen gehabt beziehungsweise waren in diesem Vermächtnis der Völker. Alles hat uns zusammengeführt, als ob die Götter gewollt hätten, das alles genau so passiert, wie es bis hier passiert. Ja, aber die Götter, damit haben die Elfen ja ein Problem, haben wir festgestellt, diese höheren Mächte, bis sie es jetzt verstanden haben. Und selbst wie sie es auch immer nennen möchten, welchen Namen sie denen auch immer es geben möchten, ob irgendwelche Magier meinen, das wäre Schicksal. Ich hoffe immer noch auf das Göttervertrauen und dass sie wissen, in welche Richtung sie uns lenken. Und dementsprechend kann ich immer nur für meine Verhältnisse so entscheidend, wie ich meine, dass es das Beste für uns alle ist. So tue ich das auch, bei noch bestem Wissen und Gewissen. Und mit dem Rat und Tat der anderen finden wir ein Ziel. Mhm. Zu diesem Berg, zu diesem Licht am Horizont. Und ich glaube selber, und er schaut jetzt auf die Schlafstätte von Snorri, selbst in einem so alten Seebären steckt viel drin, was wir noch mitnehmen können. Oh ja, seine Schnitzkunst ist wirklich beeindruckend. Der staunt mich immer wieder, wie viel Geschick. Ich glaube, in seinen alten Knochen steckt noch mehr drin als nur seine Schnitzkunst. Oh ja, seine Axt möchte ich nicht zum Feind haben. Er hat einen starken Arm, auf jeden Fall. Aber man merkt, er hat sich mehr auf Kraft verlassen als auf überlegte Handlungsweise. Ja, da kriegen wir ihn auch noch hin. Ein bisschen planvoller vorgehen. Oder ist halt das Ablenkungsmanöver, während wir planvoll vorgehen. Je lauter jemand ist und Forscher vorne reinschreitet, desto mehr Aufmerksamkeit lenkt er auf sich. Und dafür ist, glaube ich, gerade einer aus formalischen Kulturkreisen am besten dafür geeignet. Ich habe bisher nur Geschichten über die Tovala gehört und Smurry ist der Einzige, den ich kenne. Dann hast du doch den perfekten Geschichtenerzähler. Ich glaube, er hat schon viele Winter gesehen und er wird dir viele Geschichten erzählen können. Vielleicht bei der nächsten Wache mal. Mach das. Vielleicht können wir vorher noch, wenn wir zusammen zum Abend essen, kann er uns ein oder zwei Geschichten erzählen. Ich denke, er hat ein paar Dinge erlebt in seinem Leben, die durchaus erwähnenswert sind. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Oh, ich auch. Ja. Wollen wir das nicht schon früher gemacht haben? Wir sind immerhin schon wochenlang unterwegs. Wir hatten einfach zu viel anderes im Kopf und kannten uns nicht so gut, wie wir das jetzt irgendwie tun. Naja, irgendwie da hat er ja erzählt, ob wir wollten oder nicht. Also von daher passt er schon. Ja. Ach ja. Gut. Ich hoffe, nur, dass die Nacht weiterhin so ruhig bleibt. Ja. Ein bisschen Ruhe können wir, glaube ich, alle nach den letzten Ereignissen vertragen. Auch nach dem Chaos. Vier Jahreszeiten auf einmal. Ach ja, das wird sich übergeben. Die Nacht bleibt in der Tat ruhig und am nächsten Morgen erwacht ihr relativ gut ausgeruht und könnt euch auf den Aufstieg gefasst machen. Sehr anstrengender Aufstieg. Die Kletterpartie zehrt an den Kräften. Aber ihr werdet belohnt, denn als ihr oben angekommen seid, erstreckt sich vor euch ein windiges langes Tal mit hohem Felsplateau in der Mitte. Und schon als ihr den ersten Schritt in dieses Tal hineinsetzt, spürt ihr etwas Eigenartiges. Hier scheinen Winde ein komisches seltsames Eigenleben zu führen. Mal drücken sie fast senkrecht auf euch herab, dann wehen sie um euch herum wie ein Wirbelsturm, als würden sie euch neugierig irgendwie belauern oder betrachten wollen. Bisweilen vermeint ihr ein kleines leises wispern oder säuseln zu hören, dann wieder eine sehr starke Windbrühe, die schlagartig lautstark und laut und schrill wird, dass sie fast wie ein Kreischen klingt. Was ein Mistwetter. Na, sei mal nicht so unhöflich. Es ist einfach wie es hier ist, windig aus allen Richtungen. Im Grunde waren die Wolken von gestern, glaube ich, eine kleine Vorwarnung. So wie die Wolken sich gestern bewegt haben. Du glaubst echt noch? Wow, Winde, hoppala, und Tashmero wird ein Stück zur Seite, bewegt sich ein Stück zur Seite, weil gerade so eine Windböe kam. Oh ja, weißt du Gott, hei, hei, hei. Also du willst mir echt sagen, dass du aufgrund deiner Wetterkenntnisse hier Prognosen ablegen möchtest, ja? Nein, keine Prognosen, einfach das Wetter ist, wie es ist. Ich hab doch keine Ahnung von Wetter, da musst du Shai Ariel fragen, ich glaub, die hat da mehr Ahnung, ich bin in der Stadt aufgewachsen. Die ist da vorne. Aber ich glaube, auch sie kann hier in dieser Gegend keine wirklichen Vorhersagen treffen. Ja, windig. Slory, was meinst du als alter Seebär? Ja, fürchterlich, das ist viel mehr durcheinander als an Kap Brawack und von den Föhnwinden des Windtags her zusammen. Es wäre alles gleichzeitig, was es so an Wind gibt. Ich habe ja viele Winde gespürt, aber das. Es scheinen so aus verschiedenen Richtungen zu kommen und wenn du es nicht besser wüsstest, also müsstest jetzt mal stehen bleiben und dich darauf konzentrieren, aber vielleicht über zehn verschiedene Winde? Sowas habe ich noch nicht jetzt. Es ist also neben dir steht halt Castellani, fängt so an eins, drei, es ist als würde Viron rund um uns herum tanzen. Vier, zehn, elf, zwei, was soll man hier auch machen? Es ist alles wirr. Ich würde gerne sagen, dass es das seltsamste ist, was ich in meinem Leben erlebt habe, aber das ist es bei weitem nicht. Das gestern war seltsam, aber mit den wir kommen nicht voran, jetzt haben wir vor schon erlebt. Das Vermächtnis der Völker war seltsam, diese dunkle Spinne, gegen die wir gekämpft haben, war seltsam, das war diese Dunkelheit, die über das Dorf hineingebracht ist, dieser lebhafte Traum. Was zählst du da eigentlich, Kasteladen? Die Winde. Ich hatte da so eine Idee, aber anscheinend ist sie falsch. Kannst du uns die Idee mitteilen? Es gibt Geschichten, das ist die von den zwölf Winden. Naja, wir sind hier nicht ganz fernab unserer Welt, die wir kennen, aber in einer Welt, die uns fremd ist, wieso sollte es hier nur zwölf Winde geben? Ja, die zwölf Winde, das sind die personifizierten Naturgewalten aller Götter. Ja, aber wir sind hier ja, mag sein, aber es stimmt ja nicht, es sind ja 13 Winde. Na ja, vielleicht haben wir erzählt, weil du dazwischen gequatscht hast. Oder es ist ein 13. dazugekommen als dunkles Omen? Als? Als dunkles Omen. Ich muss ja sagen, ihr habt das gerade so schön gesagt, ich musste zwar erst ziemlich alt werden, aber habe auf dieser Reise irgendwie alle zwei Tage irgendwas erlebt, was das vorherige übertrumpft hat an Besonderheit. Und jetzt denke ich mir, das ist alles merkwürdig, aber prinzipiell erstmal nicht lebensbedrohlich, von daher auch nicht so schlimm, kriegt man irgendwie hin. Ich werde irgendwie in diesem ganzen Chaos ganz ruhig. Merke ich so für mich. lasst uns vielleicht unten in die Ebene gehen. Vielleicht hören die Winde dann auf. Das könnte sein. Ja, dann hinab. Der Abstieg ist wesentlich angenehmer als der Aufstieg und auch hier hören jetzt auch diese merkwürdigen Distanz- und Zeitabschnitte auf. Wieder eine ganz normale Reise für euch. Von daher die Winde beschäftigen euch noch eine ganze Zeit lang. Und vor allen Dingen so ein merkwürdiger Windhauch scheint die ganze Zeit so um euch herum zu wehen. Wie gesagt, wie so eine Tornado-Windhose. Euch irgendwie einzuschließen, dann müsst ihr aber wieder weg. Und ja, dann kommt ihr irgendwann in dieses weitläufige Tal hinunter. Ziemlich schön bewachsen mit einem runden und farbenfrohen Blütenteppich. Blumen und Wiesen und ein paar Wäldchen zwischen euch und der hohen Ebene in der Mitte des Tals. Lumen wird auch immer mal wieder fragen, so von wegen, okay, die Ecke da hinten seht ihr auch, ja, okay, und da geht's gerade auch weiter, ja, okay. Ja, doch. Ja, passt schon. Also irgendwie ist das jetzt hier auch nicht mehr so seltsam vom Gehen her, oder meine ich das, weil diese ganzen so an Richard wieder normale Kleidung ein. Ihr scheint nicht mehr zu frieren, mein Eben war ja schon vorhin. Moment, holst du den Rucksack nach vorne, so ein Stück und macht die Kordel auf. Die Kordel ist auch wieder so lang, wie sie ursprünglich ist. Das ist beruhigend. Ich könnte sagen, es ist, naja, man kann sagen, es ist fast traumhaft hier. Du hast Humor. Ja, das ist unglaublich. Hast du jetzt gedacht, ich habe keinen, nur weil ich einer toten Göttin glaube? Bisher haben wir noch nicht viel Witze gemacht. Ja, irgendwie kam mir das gerade in den Sinn. Das ist doch gut. Das ist eine wunderschöne Wiese, sowas habe ich bei uns immer nur nach dem Regen gesehen oder da, wo bewässert wurde. Es ist einfach wunderschön anzuschauen. Dann lasst es uns genießen, wer weiß, was später noch auf uns zukommt. Ja, ihr lauft weiter in die Ebene hinein und dann kommt wieder ein starker Windhauch von vorne, der euch ein bisschen das Weitergehen erschwert. Gibt auch kaum noch irgendwie was, was den Wind jetzt hier groß aufhalten würde, dieser glatten Ebene. und als er dann auf euch trifft und ihr euch dagegen lehnen müsst, weil er so stark ist, der Wind irgendwie dagegen ankämpfen müsst, um vorne zu streiten, passieren unterschiedliche Dinge mit euch. Snorri hört im Wind irgendwie so die torwalschen Kampf Geschreie einiger Otayaskos in der Ferne. Zunächst. Ich suche so ein bisschen den Horizont ab. Und Taschmeru sieht nichts wo, wenn Snorri da irgendwie hin zeigt, aber du hörst in dem Wind auch ein Säuseln, das so ein bisschen klingt wie so eine Klangschale aus deinem, wenn du dich zurückerinnerst, jungen Jahren im Tempel, die ersten Jahre der Ausbildung, wo man so Meditation gelernt hat und sich so in den ersten Kranke gekümmert hat. Kann ich ausmachen, aus welcher Richtung die kommt? Ja, vom Wind, da bläst euch heute entgegen. Und Lumin ist es auch ein Ton, der auf die Ohren drückt, irgendwie so ein dumpfes Gefühl in den Ohren erzeugt, fast schon schmerzhaft ist und dann so ein ganz schrilles Klirren und Klingen wird. So ein bisschen wie diese knirschenden und quietschenden Geräusche, wenn Schwerter auf Metallschilde schlagen oder auf Rüstung oder Schwert an Schwert knarzt oder so. Was ist das für ein Kämpft da jemand? Nein. Och! Nein, überhaupt nicht. Das vorne ist ein Ort der Ruhe und kommt der Ton an der Klangschale. Da vorne ist ein Ort der Ruhe und Entspannung. Hört ihr das nicht? Sein Tief Spong was nachhalt. Ich höre da was, aber es tut fast in den Ohren weh und als wäre quasi direkt vor uns ein Kampf am Rumtom. Nein. Das höre ich auch. Ich höre Kampfgeschrei der der Ortayaskos und der Brüder und Schwestern im Kampf. Schild mal! Nein, absolut nicht. Wisst ihr, wie eine Klangschale klingt? Nein. Es ist fast wie eine Glocke, die zum Gottesdienst ruft. Ist es definitiv nicht. Ich kenne diese Geräusche. Sehe ich denn irgendwas? Oder sieht man irgendwas? Kann man irgendwas abschätzen? Versuchst du was zu sehen? Durch den Wind, der euch ja entgegenbläst? Ja, klar. Also ich halte so die Hand und versuch so drunter zu linsen. Und Ja, dann wenn du dann die Augen anstrengst und gegen den Wind richtest, siehst du tatsächlich Schemen im Du kannst ja, wie gesagt, wenn dir den Wind so mit voller Karacho entgegenblickt, das ist halt schwer, auch dann die Augen aufzuhalten. Absolut. Also Schemen siehst du. Kampfschemen. Da kämpft doch jemand! Und es werden immer mehr Schemen. Immer mehr und immer mehr. Verdammt. Jetzt würdest du geradeweg so eine Schlacht zulaufen. Ja, ich gucke mich um. Kann man irgendwo in Deckung gehen oder sowas? Ich würde währenddessen noch mal schwärzen. Weite Ebene. Verdammt. Wir müssen Die Schlacht kommt immer näher, Leute. Wir müssen Da ist nichts. Seht ihr das nicht? Ihr hört das doch. Taschmeru hat so das Gefühl, dass sich so ein bisschen der Wind so ein bisschen über euch wölbt und es so ein bisschen dunkler wird und dann schälen sich so aus dem Wind heraus so Schemen wie so ein Dach formen und mackeln an den Wänden so als würdest du in so eine lange Halle reinlaufen und da sind halt viele, viele Betten aufgebaut rechts und links und du läufst halt zwischen den Betten umher jetzt mit deinen Gefährtinnen. Wir sind nicht auf dem Schlachtfeld. Wir sind in einem in einem Kranken, in einem Lazarett. Also man, hier sind nicht so viele ist gerade niemand, aber Du hörst so das Stöhnen und Wimmern von kranken Personen. Ah, doch. Hier sind Bleib zusammen! Stöhnen und Wimmern hört Snorri auch zwischen dem Schildwall und dem und du hörst auch das Knistern von Feuer und hast das Gefühl, dass sich brennende Häuser aus dem Wind heraus schälen. Du siehst irgendwie tatsächlich ein paar deiner torwahlischen Kollegen ein Schildwall bilden mit Fackeln auf die Dächer schmeißen Häuser in Brand setzen Männer, Frauen und Kinder schreien durch die Gegend laufen zwischen den einzelnen äh äh Torwahlern immer einen Arzt. Ja, dann läuft an dir so ein Schil vorbei und scheint so kurz anzuhalten. Los, auf sie verdammte Was, Töter! Und Schieds läuft dann noch vor dir vor und verschwindet wieder. Alles in Ordnung, Snorri? Die verdammten Waldtöter, sie sind hier. Wir sind in einem Lazarett und Taschmacher. Nein, bestimmt nicht. Wir sind in einem brennenden Dorf. Nein, wir sind auf einem Schlachtfeld. Aber das scheint wieder einer von diesen komischen Träumen zu sein. Jeder sieht wieder irgendwas anderes. Verdammte. Das, was ich sehe, ist richtig. Nein. Das ist... Okay, wir sollten... Bleibt zusammen. Sollen wir uns aneinander festhalten? Ich halt so... Ich habe immer noch eine Hand um das Schwert und die andere Hand greife ich, mit der greife ich zu meinem nächststehenden. Das wird wahrscheinlich irgendwie Snorri oder Taschmeru sein oder sowas. In dem Moment, als ihr euch berührt wird, die Vision, dass diese Klänge lauter und lauter und lauter und das Klirren in deinem Fall wird viel, viel stärker und du siehst jetzt auch richtig das Schlachtfeld. Du siehst die weidnischen Wappenröcke, die Banner, die in den Boden gerammt wurden, die Toten auf dem Boden liegen, Orks, die euch angreifen von allen Seiten, eine Ritterbarrikade, die versucht, ihre Einkesselung gerade zu vermeiden, als Orks mit Speeren auf sie zulaufen. Überall Tod und Verderben, Leute, die aufeinander einhacken, Leute, die wimmern und schreien. Das Herz schlägt in den Moment, er wird deutlich unruhiger, versucht sich aber kampfhaft daran zu halten, so von wegen, das ist nur ein Traum, das ist nur ein Traum, sagt er innerlich immer wieder zu sich und hat gesagt, so von wegen, wir müssen zusammenbleiben, einfach weitergehen und würde versuchen, das irgendwie durchzustehen. Lass uns weitergehen. Und Snorri sieht die die Torwaller, wie sie auf die, wie sie die Häuser in Brand stecken, die Alten, die Männer, die Frauen, die Kinder, die anderen Krieger sowieso alles abschlachten, was sich ihnen in den Weg stellt. Überall fliegt, siehst du die Axtköpfe fliegen, alles wird erschlagen, was irgendwie nur zwei Beine hat und euch den Weg kreuzt. Egal, was es ist. Unvorfassbares Leid, Verstümmelung, Schmerzen, Folter. Furchtbar. Ich du hast es schon mal mitgemacht, aber es sind die Dinge, die du vergränkt hast. Und irgendwie haben sie es ja verdient, die scheiß Wahltöter, aber es ist als als müsste ich durch Dinge, die ich schon mal getan habe. Du hast es schon mal gesehen, ob du es getan hast, weiß ich nicht. Ich habe das gesehen und zumindest am Rand auch mitgestanden, aber so mittendrin, oh, furchtbar. konzentriert euch auf unser Ziel. Versuchen wir es wie Taschmero zu halten. Wir konzentrieren uns auf das Ziel, dass wir da durchkommen. Egal, was euch hier gezeigt wird. Taschmero sieht jetzt auch deutlicher die Halle mit den unglaublichen, versehrten Menschen, teilweise amputiert, teilweise die Gesichter ganz wie in Pocken, irgendwie eingefasst, blutend, schreiend, wimmernd, um Erlösung bittend und dann siehst du die Gestalten deines Ordens, wie sie zwischen den Reihen gehen und die wimmernden Leute erlösen, einfach abschlachten, einen nach dem anderen töten. So war es nicht. Die Gebeten sind eingeschlafen. Genau. Ich weiß, was ihr meint. Gut, es ist ein blutiges Geschäft. Naja, Geschäft ist es nicht. Dann fühlst du den alten Mann, der in deinem Rocksaum zieht und mit seinem verstümmelten Hand nach dir ruft. Ich kann das nicht mehr tragen. Die Götter haben uns verlassen. Haben sie nicht, mein Liguta. Na, wo ist noch an deiner Seite? Und den Lumin schießt der Hass gerade hoch. Dreckige Orks. Wieder fliegt ein Kopf an dir vorbei. Sämtliche, sein einziger Fokus ist tatsächlich, das ist ein Traum. Das muss ich durchgehen. Das müssen wir durch. Die ganze Kraft seines Willens versucht er dagegen zu stemmen und zu sagen, nein, er lässt sich damit nicht einlullen und ruft auch immer mal wieder, haltet euch ja auch fest und die Hand, die er gerade in der Hand hat, ob es jetzt Taschmerus oder Snorris ist oder so, hält er einfach gepackt und zieht sie mit. Für Taschmerus ist gerade die verstümmelte Hand des Alten, die sie fasst. Dann hörst du das Rufen, halten dich fest, halten dich fest, löse mich. Ich hab diesen Mann damals erlöst. Das hier ist nur ein Wiederspiel. Werk mit dem Licht liegt vor mir. Da ist kein Berg mehr. Da sind nur noch wimmernde, im Sterben liegende, seufzende, von den Göttern verlassene Menschen. Unendlich viele. Der ganze Tal ist damit eingesäumt. So groß war das damals auf keinen Fall, wo du warst. Mhm. Deswegen fokussiert sich das Schmier auch dann jetzt wieder. Das ist nur ein Abbild. So an der anderen Hand hat sie Snorri, der dann irgendwie, das ist nur ein Abbild, das versteht Snorri, sind nur Walfängers, Snorri. Mach sie fertig, sie haben es verdient. Ist das wieder wie mit dem Wetter? Ich hab den Schild so vor mir. Walfänger, Snorri, Walfänger. So war das nicht. Dann siehst du den großen Wal am Strand, den sie irgendwie ausgenommen haben. Dass nur so ein halbes Gerippel da ist. Ihr seht das erste Mal, glaube ich, tatsächlich Snorri weinen. so, also, die Tränen laufen ihm runter, den Schild hat er so vor sich. Verdammt. Deswegen waren wir da. Aber es war anders. Es war anders. Stämme mich so nach nach vorne, versuche weiter mitzugehen mit den anderen. Ihr müsst euch da wirklich anstrengen, das merkt man ja gerade auch, euch dagegen zu machen. Irgendwie Blut schießt euch aus den Ohren wegen diesem kreischenden Kampflärm, den Schmerzensschreien, die irgendwie kommen. Teilweise kommt auch aus den Tränen irgendwie Blut hervor, wenn ihr euch dann irgendwie übers Gesicht wischt, habt ihr das Gefühl, irgendwie blutige Tränen im Gesicht zu haben. Wie durch ein Kampf fällt wahrscheinlich. Weiß ich nicht, ob ich registriere, dass es von mir kommt, das Blut, aber ich einfach davon ausgehe, dass durch das Blut, das hier rechts und links von mir vergossen wird. Ich versuche einfach nur Fokus zu halten und ihr versucht Schritt für Schritt nach vorne zu gehen und alle außer Taschmeru schaffen das gerade. Einige in dem mit. Adepta Tassia auch nicht und Kastellani auch nicht. Die knien sich gerade hin, kommen nicht weiter. Ich ziehe Taschmeru mit. Wenn ich merke, dass es hinter mir runter geht, stecke ich mein Schwert weg. Nicht aufgeben, festhalten, knie mich zu ihr runter, nimm beide Hände an ihr Gesicht, konzentrier dich und wird sie zur Not packen, über die Schulter werfen und den, den sie ursprünglich hatte, packen, was glaube ich Snorri war. Das, was Taschmeru sieht, wenn du zwei Hände im Gesicht hast, sind diese Pockennarben übersehten Hände, die dich gerade packen und dann töte mich. Nein, 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 nein. Der dich nicht und er packt und wenn er Kratschspuren oder Schläge abkriegt, dann ist es so. Er packt sie auf die Schulter im Zweifel, wenn er sie nicht zum Rücken hochgehoben. Lass mich runter. Nein. Und pack, wie gesagt, in den Ohren schwirrt ein Fliegenschwarm. Snorri oder die nächste Hand, die ich habe und zieh sie mit. Der Geruch von Fäule und Abfall, Unrat stieß Schmeru in die Nase. Lass mich runter. Du fühlst harte Schläge auf deinem Rücken, Lumin. Nimmt der zum Ansporn, des Weitergehens. Und? Du sollst wirklich gehen in deinem Zustand. Hat einer der Weihfänger einen Delfin geschultert. Trägt die natürlich vorbei. Sehe ich Adepta Tassia, wie sie sind, dann will ich sie mit, also auch so mir über die Schulter werfen. Das Ganze, müsst ihr euch jetzt vorstellen, dauert noch Stunden an. Und dann hört es auf einmal drastisch auf, als der Mond aufgeht und die Sonne hinter den Bergen verschwindet. Lumin würde noch einige Schritte weiter gehen und wenn er merkt, okay, er ist durch, wird er wahrscheinlich einfach zusammenbrechen. Das war unglaublich, also du hast den ganzen Rücken übersät von Striemen und blauen Flecken, die Tashmero dir geschlagen hat. Tashmeros Hände sind blutübersträmmt, weil sie dir die ganze Zeit gegen die Rüstung geschlagen hat. Ja. Mit den bloßen Händen. Ähnlich geht es Snorri mit Adepta Tassia. Du hast ein paar Verbrennungen davon gesungen, als sie eine Faxius losgelassen hat. Autsch. Aua. Aua. Und dann euren Gefährten geht es nicht besser. Sowohl den Elfen als auch den anderen Magiern. Alle total erschöpft. Überall mit mindestens blauen Flecken, wenn nicht Schnitt- oder Schürfwunden auf Versehen. Nehme ich doch mal um. Sind alle da? Alle sind da. Alle da? Ja. Was bei allem? Dann falle ich einfach auf den Rücken und merke dann ah fuck und drehe mich dann so ein bisschen auf die Seite. Dich nicht auf deinen Rücken legen. Wobei ich glaube, der sieht nicht so schlimm aus wie meine Hände. Ja, du hast halt jetzt stundenlang auf die Rüstung von ihm eingetrombelt. Mhm. Vielleicht habe ich irgendwann mal Pause gemacht und dann wieder angefangen. Das war das das war das grauenhafteste. Meine Ohren, ich habe das Piepsen immer noch im und jetzt fasst er an und und sieht das Blut. Ich höre die Leute wahrscheinlich nur relativ stumpf. Alle stöhnen vor sich hin. Oh Gott. Versuche mich dann aufzuraffen mit Schmerzen und bleibe dann so auf Hälfte hängen und lehne mich irgendwo an, falls da was anzudehnen ist. Zumindest so in der Seite. Ihr seid dann am Rand von so einem kleinen Wäldchen angekommen, kannst dich gegen seinen ersten Baum lehnen. So ein bisschen. Gibt leicht nach, weil er ein ganz dünner Baum ist, aber ja. Schau mich um und guck, sind wirklich alle da und in welchem Zustand. Alle total mitgenommen. Siehst du Alricio, wie er irgendwie so blutunterlaufende Augen hat und wir machen jetzt Rast. Einen Meter weiter gehen. Und ich würde versuchen, noch meine letzte Willenskraft zu sammeln und zu sagen, du holst Holz, ich komme mit, ihr baut die Zelte auf und wenn wir wiederkommen, ist das Lager da. Snorri, Taschmero, ihr kommt mit, wir sammeln Holz. Ja, darf ich gerade noch meine Hände ein bisschen? Darfst du. Oh, verdammt. Okay, gut, du bleibst hier, wo ist deine Hände aus? Wer hat intakte Hände? Wer kann Holz sammeln? Hast du, Lani räumt sich, rappelt sich hoch. Ich komme mit. Okay, guter Mann, guter Mann, komm. Versuch ihm so ein bisschen zu helfen, auch wenn ich selber auf so halb acht liege, so auf Halbmast bin. Und dann gucken wir, dass wir ein bisschen Holz zusammenkriegen. Keine Ahnung. Jetzt sollten wir wechseln von, wenn die Ahnung wieder da sind, dann so von Tag wandern auf Nacht wandern. Wir sollten erst wieder Kräfte sammeln, bevor wir das entscheiden. Verdammt, was war das? Und wenn ihr noch extra noch Holz holt und alles so richtig irgendwie herrichten wollt, dann seid ihr völlig am Ende jetzt. Es wird das spärlichste Feuer sein, was man je gesehen hat. Und wie die Leute das noch hergerichtet haben, keine Ahnung, je nachdem, wie die in der Lage waren. Also es ist sowohl psychisch wie auch physisch, wahrscheinlich psychisch noch erschöpfter als physisch. Wird auch irgendwann, weil wir wahrscheinlich nicht zusammen gepulgt, sondern uns so ein bisschen auffächern und ein bisschen Holz sammeln und dann wieder zurückbringen, werde ich irgendwann, wenn ich unbeobachtet bin, mich so an einem Baum anlehnen und kurz zusammenbrechen und kurz davor zu schreien, was ich mir aber selber nicht gestatte. Einfach nur aufgrund des Leids und der unfassbaren Bilder, die ich da wahrgenommen habe. Und werde da wahrscheinlich auch erst mal zehn Minuten verharren, locker oder sowas, bevor ich wieder so halbwegs mich wieder aufraffen kann. Vielleicht findet mich auch Snorri irgendwie in diesem zusammengekauerten Zustand kurz. Versuche wieder aufzustehen und irgendwie noch so wirklich einfach nur storisch vielleicht noch so zwei, drei Stücke Holz aufzusammeln oder so und sich dann umzuschauen und zu gucken, ob er wieder zurückkommt. Irgendwann bin ich dann bei dir angekommen, auch mit so ein bisschen so ein paar kleinen Holz Stöckern mehr. Du siehst auch aus, als hättest du Ähnliches wie ich gesehen. Ist da grauenhaft. Wenn das, was die Elf mit uns gemacht haben, dazu da war, dass wir unsere Taten reflektieren, dann war das gar nichts. Das, was ich gesehen habe, war so furchtbar. Aber auf so viel schlimmere Art und Weise. Die Schlacht, die ich gesehen habe, war um ein Vielfaches größer als gegen die 20 Orks, gegen die meine Einheit da gekämpft hat. Das ist Oh mein Es Ich weiß es, ich finde keine Worte. Ich habe schon Brüder gesehen, die Swafnirs Rast hatten und auf alles eingeschlagen haben, was ihnen begehend ist. Aber alle, alle, das war furchtbar. Und innerlich weiß Nori, dass es gang und gäbe ist. So werden die Weihfänger bestraft, wenn man ihnen habhaft wird. Und es wird immer so beschönigend in den Liedern gesungen, sie werden halt alle ausgerottet, aber jetzt hast du gesehen, was da passiert. Innerlich wusstest du es schon immer, aber man verdrängt das, was es bedeutet. Es ist gut, seine Kraft für anderes als für so etwas zu verwenden. Rumi, du hast gesagt, es war schlimmer als real. Bei mir nicht. Ich habe noch nicht viel wirklichen Kampfeinsatz und je mehr ich davon koste, desto eher kann ich es oder sehne ich es nicht mehr herbei. in meiner Jugend habe ich immer gedacht, ich brauche große Kämpfe, damit ich mich beweisen kann, damit mein Vater mich endlich anerkennt, damit er mich als ernst zu nehmen ansieht. Aber das ... Ich kann nicht verstehen. Ich war bei sowas auch dabei, nie ganz vorne. aber die Kinder, die Alten, die Frauen. Ich packe Snorri am Nacken, die Hand, ziehen so Stirn an Stirn. Wir müssen Fokus behalten. Wir haben eine Mission und die müssen wir durchziehen. Und wir können es nur auf uns selber verlassen. Also müssen wir versuchen, diese Eindrücke abzuschütteln und weiterzumachen. Sonst war alles umsonst. Auf das wir unsere Kräfte für Besseres einsetzen, als das, was wir gesehen haben. Serie packt Snorri so an der Schulter und meint, stell dir vor, man hätte Menschen ohne Prüfung hier reingelassen, die noch viel mehr erlebt haben oder auf dem Kerbholz haben. Schmero muss auch einiges durchgemacht haben, so wie sie sich auf mir gewehrt hat. Ist tatsächlich sehr schweigend am Feuer, hat ziemlich Räucherwerk, also die zieht auch so diese Räucherschwade zu euch. Sie blickt dann so auf, die Augen so ein bisschen. Da hat wirklich so so ein wie so ein Fallrauchkegel, der da vor ihr hinräuchert. naja, wenn jemand nicht mehr leben will, wurde er erlöst. Ich habe es nicht immer mitbekommen, aber naja, sagen wir, es ging teilweise ähnlich zu wie auf dem Schlachtfeld. Und warum ich, ich habe gedacht, du wärst einer von diesen Kranken, glaube ich, die, deswegen habe ich mich so gewehrt, würde nicht noch tiefer und rein gezogen werden. Du wolltest wahrscheinlich nicht so enden wie sie. Ja, hilflos und um der Lösung betteln. wir müssen sind die wahren Helden deines Ordens, mein Silberhaar, die dir das tagtäglich mit anmachen müssen. Ich habe es nicht oft getan, aber manchmal ging es nicht anders. Aber ich habe meine Studien in andere Richtungen gelenkt. Deswegen bin ich hier und nicht dort. Okay. Wir müssen zum Berg mit dem Licht. Ich kann eh nicht schlafen, ich nehme die erste Wache wieder. Ich naja, schau, wie sehr ich helfe. Dein ganzer Körper schreit nach Schlaf, aber ja. Das ist die Weidner Stuhköpfigkeit. Das ist weiter Schmier halt auch ähnlich sein. Erst mal ruhen und Wache halten, dann schlafen, am Stück schlafen, nicht sich aufwecken lassen. Aber sie ist leicht weggeritten wahrscheinlich. Ich werde aber auch nicht dafür sorgen, dass Tashmero wach bleibt. Ich werde gucken, dass ich mich wach halte, wenn es irgendwie geht. Und dann nehme ich jetzt sämtliche Vorteile und Fähigkeiten, die mir zur Verfügung stellen, damit ich das durchziehen kann, die erste Wache. Und lasse Tashmero, wenn sie wegnicken sollte, lasse ich sie einfach schlafen. Und werde ihr wahrscheinlich noch so ein bisschen gemütlicher hinlegen und vielleicht noch so eine Decke irgendwie so ein bisschen drüber ziehen oder sowas. Es dauert nicht lange, bis die Leute alle eingeschlafen sind. Du musst wirklich alles aufwenden, um wach zu bleiben. Ich setze mich auch nicht hin, weil ich weiß ganz genau, wenn ich hinsitze oder so, dann lehne mich vielleicht sogar mit dem Rücken ein bisschen an Daumen, dass der Schmerz mich wach hält. Und irgendwann ist so Serie am Feuer sitzt. Kannst du nicht schlafen? Ich muss nicht. Manchmal beneide ich euch Elfen. Was hast du erlebt, Siri? Zu viel, glaube ich. Kommst du damit klar? Muss ich wohl. Kann ich irgendwas tun? Zurück kann ich nicht. Dafür ist das Badock zu stark in mir. Es ist schlimm zu wissen, dass man nicht zurück zu seiner Familie kann. Das kann selbst ich nachvollziehen. Glücklicherweise. Es ist anders bei uns. ist mehr als Familie. Durch dieses Band, durch diesen Sing Sang, wenn jeder alles von jedem weiß, ist man sich garantiert um einiges näher, oder? Es ist, als würde einer deiner Finger abgeschnitten werden und für sich selbst weiterleben. Was meinst du, wie der sich fühlt? Zu wissen, dass er der kleine Finger ist, aber nicht an die Hand zurück dann? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht. Das einzige, was ich machen kann, ist, die eine Hand zu reichen. Ja, ja. Den bedanken dann. Währenddessen wir geredet haben, hätte ich mich ihr genähert und hätte dann so eine Hand auf ihre Schulter gelegt. Zuck kurz zurück. Entschuldigung, dass du nicht schlafen willst, ist nachvollziehbar. Weißt du ungefähr, wie viel Uhr wir haben? Wie viel Zeit vergangen ist? Ist das wichtig? Nicht wirklich. Warum fragst du dann? guckt so ein bisschen sehnsüchtig auf eine Schlafstätte. Du wolltest wach bleiben, weil du nicht schlafen willst. Ja, exakt. Nichtsdestotrotz schreit mein Körper danach zu schlafen. Aber erzähl mir was Positives. Und setz dich so ein bisschen hin, so ein bisschen ächzen. Weiß nicht, ob ich das kann. Versuch deine Gedanken darauf zu konzentrieren. Überlege schon die ganze Zeit, was das sollte. Das ist nicht normal. Was ist was? Du bist schon mal hier in der Gegend gewesen? Ja. Was wird normalerweise gezeigt, wenn du hier bist? Gar nichts. Wir sind die zwölf Winde. Ah, es waren 13, hatte Castellani gezählt. Vielleicht ist das Dasa, als es hier reingekommen hat, ist etwas weiteres hinzugefügt, was das Ganze korrumpiert. Das wäre schlimm. Und umso mehr ein Grund, unser Ziel zu erreichen. Aber wenn es uns attackiert, dann hat es Angst vor uns. Sollte es auch haben. Ansonsten wäre das hier alles komplett sinnlos. Und es abschlachten zu lassen hätte. Niemals. Dafür arbeiten wir zu gut zusammen. Ich meine, schau sie dir an. Ein bunt zusammen gewürfelter Haufen. Welche schwächer als die anderen? Schaut so rüber zu Adepter Tassia. Ich würde sie nicht unterschätzen. Ich glaube, jeder hat seine Stärke auf seine Art. Und vielleicht ist es nicht die Kampfstärke, die der eine zu einem großen Mann oder zu einer großen Frau macht. Vielleicht sind es andere Talente. Aber ich glaube nicht, dass einer mehr wert ist als der andere hier. Dafür sind sie mir alle zu sehr ins Herz gewachsen. Und guckt zu Silber Haar selbst alte verwirrte Männer. Zwergisches Rauchen Pfeifenkraut immerhin hat er schöne Träume, das ist doch schon mal etwas. Da soll jemand nochmal sagen, dass Vergesslichkeit nicht etwas Positives hat. Ich will nämlich nicht wissen, was er alles in seinem Leben schon durchgemacht hat. Seine Träume waren sehr aufschlussreich. Ich lasse ihm seine Träume und frage deswegen nicht nach. Können wir irgendwas mit Taschmeros Hände machen? Sie ist eine knallharte Frau. Mein Rücken sieht so aus, als hätte ich gar keine Rüstung angehabt. Was anderes erwartet, wenn du sie siehst? Nein, sie ist eine Kämpferin. Sie ist stark. Sie hat gute Taktiken drauf. Wir haben bisher nur ein, zweimal geübt zusammen, aber sie ist fähig. Was meinst du, was wir finden, wenn wir weiter laufen? Das ist eine gute Frage. Um diesen Gedanken habe ich mich schon länger versucht, einen Bogen drum rum zu machen. Im Optimalfall ein Elfen oder was auch immer etwas das Hilfe braucht und etwas, was es attackiert und wenn alles so läuft, wie ich mir das erhoffe, können wir das eine beschützen, indem wir das andere minimal in die Flucht schlagen und im Optimalfall komplett ausmerzen. Und was danach ist, ich habe keine Ahnung. Ein Abenteuer. Das in jedem Fall. Und zwar eins von der Art, wo, und guckt jetzt so Richtung Snorri wieder, wo die Skyden noch lange drüber singen werden, wie unser guter Torwader da sagen würde. Wenn sie kneift so ein bisschen die Augen zusammen, legt so leicht den Kopf schief, macht da so einen kleinen Singsang vor sich hin. Da ist irgendwas in dem Wald vor uns. Jetzt so lumend, als er kurz ruhig war und neben ihr so saß, da ist was vor und so rappelt sich so auf. Ich stehe auch auf. Zieh mein Schwert. Glaubst es ist eine Gefahr? Weiß nicht. Kannst du es nicht hören? Ist schwer zu wahrzunehmen. Konzentriere mich. Höre ich was? Nein. Nein. da doch was. Glaube ich zumindest. Vielleicht dein Heulen. vielleicht. Ja, ein Heulen. Gibt es Wölfe hier in der Nähe? Eigentlich nicht. Aber ich war schon lange nicht mehr hier. Wölfe wandern. Soweit ich weiß. Vielleicht auch irgendwas. Vielleicht ist es nur der Wind. Entweder das oder irgendwelche niederhörlischen Kreaturen, die mit der Dunkelheit kommen und Leuten die Arme auseinander reißen. Oder irgendwas anderes unwichtiges. Geh schlafen, du wirst das brauchen. Oh ja, das brauche ich. Aber wenn du jetzt was gehört hast. Nein, Siri. Ich weg gleich jemanden und solange lasse ich dich nicht alleine. Du hast uns bisher den Rücken gedeckt. Dann ist es das Mindeste, wenn ich noch ein bisschen bei dir haus habe. Dann weg Shaiyariel. Na gut. Er steht auf. Versucht das echtsten zu vermeiden. Wankt schon fast. Also wie so ein Betrunkener, der versucht konzentriert gerade zu gehen so ein bisschen. Geht zu Shaiyariel, legt die Hand vorsichtig auf ihre Schulter und rüttelt sanft. Schaut mal, ob da was wach wird. Ja, wird wach. Könntest du die nächste Wache übernehmen? Nickt nur kurz. Danke dir. Siri ist auch noch wach. Bleist die Gesellschaft. Und ich würde mich irgendwo hinsetzen beziehungsweise hinlegen. mein Schwert griffbereit in der Seite, weil Siri gesagt hat, da ist was im Wald, was heult. Und würde mich erst mal so ein bisschen auf den Rücken merkt dann wieder vielleicht doch nicht so eine gute Idee und leg mich so halbseitig ein bisschen auf den Bauch hin und bin wahrscheinlich dann auch sofort weg, sobald ich die horizontale sehe. Ja, ihr schlaft wieder alle ziemlich gut. Erwacht aber nicht ohne noch ein paar Wehwehchen vom Vortag. Taschmeros Wunden sind über die Nacht merkwürdiger Weise verheilt. Dennoch hast du noch irgendwie das Gefühl, es schmerzt ein bisschen, wenn du so eine Faust ballst oder so. Vielleicht eine Art Phantomschmerz oder so. Ja, man sieht die Taschmeros sich aufsetzen und nimmt dann den Verband ab und schaut seltsam. Schwören kennen, das war fast bis auf den Knochen runter, stellenweise. Snorri nimmt ein Lächeln von Seri wahr, während Taschmero das vor sich hinmumelt. Gute Feen und gute Helfen. Hast du was gesagt, Snorri? Nein, 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 ich mumle mir Dinge in Bar. Ja, dann steht die Sonne schön hoch diesmal am Himmel und es ist hell und angenehm warm. Und vor euch das kleine Wäldchen, durch das ihr durch müsst. Und das, was relativ seltsam ist, oder vielleicht jetzt auch nicht aufgrund dem Vergangenen oder so, Lumin wird wahrscheinlich der Letzte sein, den muss man wahrscheinlich aufwecken, der liegt da einfach und schlaft, schläft. Normalerweise ist er einer der Erste, die wach sind. In dem Fall nicht. Dann gehe ich mal rüber. Oh, machst du? Gut, dann packe ich meinen Kram zusammen. Lumin? Noch fünf Minuten dreht sich wieder so um und rollt sich dabei über den Rücken und so, ah, fuck, da war was. Du siehst so im Augenwinkel, wie ich mir so den Schild hinten rüber schnalle. So, schau dich um, wir wollen los. Ach, sind schon alle wach? Ja. Okay. Man schläft gut. Besser als man das erwartet von einem Waldbrot. Aber nicht gut genug. Komm, ich helfe dir hoch. Ich wollte schon sagen, reich dir die Hand vor dort auf und lässt sich hochziehen. Alle gut geschlafen? Ja, Schlafmütze haben wir. Zumindest habe ich, sage ich mal, so. Das ist gut. Siri, danke dir nochmal. Schajar dir natürlich auch. Danke euch. Danke euch. Hey, Lumens, sorry für den demolierten Rücken. Hey, alles kein Problem. Ich glaube, ich habe noch so ein Tegel mit einer Salbe, die bei den blauen Flecken helfen kann. Das wird schon. Das wird schon. Sieht so vorsichtig so überlegt, so sein Captain Hemd wieder drüber zu ziehen. Verzieht da schon so ein bisschen das Gesicht bei und guckt dann so auf diesen Rucksack. Zieh mal das Hemd hoch, ich packe dir da was von von der Salbe drauf. Wenn du meinst, es hilft. Ich weiß, dass es hilft. Und wenn das nur zulässt, um den Rucksack noch ein paar Minuten nicht auf seinem Rücken haben zu müssen. und das Meere öffnet so ein Tier mit einer grünen Salbe, schluss ihre warmen, erstaunlich nicht ganz so rauen Hände, die hat das auf dem Rücken verteilt, auch sehr vorsichtig und sanft, also du merkst manche Stellen vielleicht ein bisschen etwas druckvoller, wo sie wirklich was einlassen. Sorry, das muss sein. Geht schon, kein Problem. Und du merkst auch, dass du eine leicht betäubende Wirkung einsetzt. Okay. Danke dir, du sanfte Finger. Ja. Den Heilenden wird nicht unbedingt mit den harten Händen geholfen. Lassen sie ja nicht nochmal ran. Dafür führst du einen harten durch. Eine Münze hat zwei Seiten. Wie meintest du letztens noch, wir haben viele Talente. Was hast du noch gehört? Manchmal kriege ich Dinge mit. Das ist glaube ich nicht das erste Mal, dass du es gesagt hattest. Vermutlich weiß war es. Und ja, macht dasselbe, was er vorher gemacht hat. Zieht sich an und wird sich diesen Rucksack draufpacken, wird sich so ein bisschen dran gewöhnen. Ja, geht schon. Das tut tatsächlich nicht so sehr, wie du erwartest hast. Ja, ja, das ist auch eher so ein Er erwartet jetzt Schmerzgesicht so ein bisschen. Aber dann, ja, gute Salve. Gute Salve. Ich auch selbst gemacht. Hm, ich gewaltest das Ziel, ja. Snorri, gib mir mal einen Schluck von deinem mannigfaltigen Talent. Hier, schmeiß den. Mit einem kleinen Schluck. Okay, den hätte ich gestern eigentlich schon gebraucht. Gut. Wer guckt, wer guckt da so Da ist kaum noch was drin, ob der schon oft benutzt. Oh nein. Wir müssen in Zivilisation, das Bremer Feuer geht zur Neige. Hast du dich mal oben gesehen, mein lieber Snorri? Das Einzige, was hier in Zivilisation ist, ist dieser Ameisen, ist dieser komische Hügel da hinten, auf dem es nur so wimmelt. Vermut mal einen Ameisenhaufen. Warum können unsere Magier nicht so nimmervollen Weinschlauch machen oder sowas? Das muss ich fragen. Das kann ich schon, das kostet nur was. Wie viel? Ein nimmerleerer Weinschlauch ist mir mindestens 150 Dukaten wert. Setz auf die Rechnung für meinen Vater. Ich glaube, so viel wird er nicht zahlen für sowas. Das ist Original Torvala Bremer Feuer. Das ist verdammt gutes Zeug. Auch wenn der Dattelschnaps auch nicht zu verachten ist. Wenn ich so viel dabei hätte, würde ich es auf jeden Fall teilen, weil es definitiv so viel Geld wert. Deinen Dattelschnaps kannst du uns gerne bei nächster Gelegenheit mal servieren. Mach ich. Ich bin gespannt. Wenn wir in eine Taverne kommen, mit einem guten Feuer, an einem kälteren Tag, einem schönen saftigen Brät und einem guten starken Schwarzbier mit einem Dattelschnaps zum Runterspülen. Das könnte ich mir jetzt gefallen lassen. Und mit diesen Worten marschiert er wieder auf den Weg und schwadroniert vielleicht noch von dem einen oder anderen guten Essen, was er schon mal gegessen hat. Lumin, ich kriege wirklich großen Hunger. Kannst du das einfach lassen? Was ist das Beste, was du das Letztes gegessen hast? Hallo? Mein Vater hat ganz schön aufgetischt. Okay, hat er gute Bedienstete? Die waren freundlich. Es ist immer wichtig, einen guten Koch zu haben. Ja. Das war natürlich teilweise seltsam gewürzt, aber so gut habe ich seitdem dann nicht mehr gegessen. Ich meine, Herrenhaus vergleicht Tavernen, es ist immer sehr lecker, einfach, aber mir ist das einfache Essen lieber als so ein Drei-Gänge-Menü. Kommt drauf an, was die Drei-Gänge sind? Er hat sich nicht lumpen lassen. Hervorragend, dann kehren wir auf jeden Fall. So richtig frisches Quellwasser würde ich jetzt auch nehmen, mein Schayari. Ja, würde eigentlich gut tun wie ein Dattelschnaps. Snorri, das mit dem Quellwasser hört. Elf. Hast du das schon mal gehabt? Frisch, also richtig gutes Brunnenwasser oder Quellwasser frisch und eiskalt? Ja, natürlich. Natürlich, aber Wenn du Durst hast, gibt es nichts. Aber es geht doch gerade um Essen und so und Elfen denken dann an Gras und Quellwasser. Das wählen wir nicht in den Kopf und an Eichenblätter oder sowas. Eichenblätter braucht man nur zum Räuchern. Ich finde es großartig, dass unsere Elfenfreunde an Quellwasser und Gras oder was auch immer denken, weil dann essen sie uns das Brät und trinken uns das Bier nicht weg. Hier ist das meint Seri und schnippt Snorri so einen Strauß, so einen kleinen gepflückten Strauß von Gänseblümchen auf die Brust. Mhm. Nimm das Ding und steckst mir so das Ohr. So, jetzt hab ich mich. Du wirst das Essen nicht als Ohrschmuck tragen. Wunderschön, meint Adepter Tassia, wunderschön. Danke. Du musst doch ich hab's nie hingekriegt, aber meine Mutter hat da schon mal aus dem Schnitt, den der Bauer gemacht hat, aus den Gänseblümchen eine Krone geflochten. Ach, ich glaube, während Lubin grinst, wird über beide Ohren so verwegen. Ich glaub, eine Krone würde unserem Herrn Torwan auf jeden Fall auch gut stellen. Eine Gänseblümchen-Krone. Das macht man beim Raja-Fest bei uns in Belhanka irgendwie mit den Jungfrauen. Wer hat das gesagt? Castellani oder was? Ja, klar. Ja, klar. Ist so traumhaft. Okay, also wir machen hier unsere Steps, ja. Also wenn wir hier die Welt gerettet haben, oder was auch immer wir retten, dann gehen wir bei Tashmerus' Vater vorbei, lassen uns bekochen, gehen dann auf das Raja-Fest von Castellani. Dein Vater, sag ich. Nicht mein Vater. Dein Vater hat aufgeteilt. Aber bei meinem Vater kann man auch essen, ja. Ach so, bei meinem? Ja, mein Vater hat auch, ja. Mein Vater ist nicht adlich, der ist ein einfacher Silberschmied in Palmy-Rabat. Ja gut, ich hätte einen guten, also einen kunstfertigen Schmied bei mir im Dorf. Seine Talente gehen da etwas unter, leider, weil wir hauptsächlich Nägel und Hufe brauchen. Ich glaube, hieraus kriege ich keinen Brief dahin geschickt, aber sollten wir bei deinen Eltern, sollten wir da wieder vorbeikommen. So, damit wir jetzt nicht alle als Ästen denken, mein Professor Silber, mache ich jetzt was, was ich Ihnen selten mache? Ja, der kramt so in seinem Rucksack herum und holst so eine Schächtelchen raus und öffnet das. Da sind so gerollte Zigarillos drin. Hier, davon geht der Hunger weg. Aha! Aus dem Kosch. Aha! Mensch! Ich probiere mal einen. Ich glaube nicht, dass Lubin schon mal eine hatte, aber er probiert mal. Nee, lieber eine Wasserpfeife, aber die sind so schwer zu transportieren. Weil so zerbrechlich. Kannst du ja mal bei mir ziehen und gucken, ob das was für dich ist. Das Zerschmier und dann zieht, hustet sie rum. Nee, lieber was aromatisieren. Echtes Zwergenzeug. Okay, ja. Die kennen gute Edelsteine, aber Rauchkraut können sie nicht. Oh, doch. Lubin zieht ja auch mal, muss tatsächlich auch erstmal rufen. Es gibt nichts über hügelzwergisches Rauchkraut. Weiß ich nicht. Gummelt ein bisschen im Mund, aber ich probiere das nochmal. Ja. Dann hört man so. Und jetzt auf und los. Sonst reden wir hier noch zehn Tage über das Rauchen und Trinken und Essen. Ich bin davon ausgegangen, dass wir laufen, während ich diese Diskussion anstimme. aber den Zigaretto nimmt er trotzdem gerne und probiert er mal rum und hustet so bei jedem zweiten, dritten Zug oder so. Dass man an Land so viele tolle Sachen lernt. Serie zieht sich auch so und so ein Tuch über den Mund und die Nase. Dass man an Land so viele tolle Sachen kennenlernt und so viele Abenteuer erlebt. Snorri lächelt und dann merkt er sowieso sein Blick auf seine Axt fällt und sich der Gesichtsausschuss schlagartig ändert. Aber er versucht es so wieder einzufangen sehr schnell. Lasst uns weitergehen. Absolut. Er betretet das kleine Wäldchen und hier wird die Sonne so ein bisschen ausgesperrt. Also es ist irgendwie die Bäume schlagen tiefe Schatten. Kennt ihr ja schon aus den anderen Wäldern, durch die ihr durchgelaufen seid. Auch wenn die Bäume hier nicht so hoch sind wie bei den anderen Wäldchen. Es ist halt schon dickeres Unterholz, durch das ihr es durchkämpfen musst. Hier ist jedenfalls kein Weg oder so. Das heißt, man muss sich irgendwie schon seinen Weg bahnen. Während Jairiel und Seri das relativ einfach easy schaffen und über das Unterholz einfach drüber laufen. Das ist irgendwie für euch. Ihr bleibt manchmal hängen in so einer Hecke oder müsst dann irgendwie schon in einer kleinen Axt irgendwie Platz machen, damit ihr überhaupt durchkommt. Snorri, geh du mal vor. Du kannst mehr ausrichten. Wofür außer für Holz für Wald und Feuer und Häuser ist Wald eigentlich gut? So ein Mist. Wie viele Brondiaren braucht es, wie viele Brondiaren braucht es, um einen Wald zu rohen? Es kommt drauf an, wie viele Holzfäder du hast, aber du sollst diesen Wald besser nicht rohen. Wie viele Brondiaren braucht es? Geht nicht. Die rühren alleine ohne Leib eigene keinen Anschlag. Rumpf. 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 Er war gut, meint Adept der Tasschen. Okay. Kann ich noch mal einen Torwaller Witz über Brondiaren machen, Nöre? Wer sind diese Brondiaren? Kommen die her? Das sind die feinen Leute aus dem Bornland, die den Rest für sich schuften lassen. Ja, irgendwo jetzt südlich von uns, aber komme ich gerade nicht in welche Richtung. Also nördlich von euch. Nördlich von uns? Ja. Ich kenne mich nach Metorion nicht aus. Also so sehr nicht. Ei! Oh! Aua! Schmüre hat einen Ast fast ins Gesicht bekommen. Nicht die Äste flitschen lassen. Eirich grinst so. Kann's auch aufhören. Hast einen Silber. Benehmt euch, Kinder. Kommt so ein Silber tatsächlich über seine Schulter geflitscht? Vielleicht vor seinen Füßen landet. das ein? Wir facken immer gerne. Letzte sind wohl ein. Großer. Aber immer. Äter Geschäfte machen. Snorri sagt Bescheid, wenn ich dich ablösen soll. Noch geht es. Noch geht es. Snorri hackt sich den Weg nach vorne durch und erkennt dann irgendwann, dass Seri und Shaiyar stillgestanden haben, also vor die zum Stehen gekommen sind. Auf so einer kleinen Lichtung, die aber irgendwie total überwuchert ist, auch von den Seiten. vor allen Dingen auch nach oben hin. Das Blätter darf ziemlich dicht. Hier und da ist noch so ein Sonnenstrahl, der durch rupft, aber ein bisschen Licht spendet, so ein Zwielicht. Aber die stehen da jetzt fest und haben angehalten, dass du dann durch das dick brichst quasi. Warum wartet ihr beide hier? Vorne! Was ist los? Warum bleibt ihr stehen? Snorri schaut und sieht ein paar gelbleuchtende Augenpaare im Dickicht. dann hört man leichtes Knurren. so ein bisschen auf die Elfen, wie die reagieren, was sie machen, weil ich würde mich so ein bisschen nach vorne drängeln, weil ich ja normalerweise immer hinten gehe. die haben beide ihren Bogen gezogen. Also beziehungsweise Shirei hat den Bogen gezogen und Seri hat so ihren Speer nach vorne. Dann würde ich so zu Snorri gucken und ihn so auf die eine Seite von einer Elfe, die mit dem Bogen steht schicken und ich Okay, also haben wir jetzt momentan drei paar gelbe Augen, richtig? Wenn du anfängst zu zählen, kommst du auf zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, dreizehn. Dreizehn Augen? Paare. Dreizehn, oh, dreizehn. Oh, irgendwelche Vorschläge? Das sind ein bisschen viele. Das Knurren wird lauter. Könnt ihr mit denen reden? Guckt du meine Helfen? Wie ist momentan unsere taktische Position? Also wir sind ja durch den Dickicht durchgekommen und sind jetzt in einem zwielichtigen Bereich, wo wir von mehreren Augenpaaren, also von dreizehn angeschaut werden. Würde es was bringen uns in dieses Dickicht wieder zurückzuziehen? Können die dann trotzdem von den Seiten noch kommen? Ist es nicht so dicht? Also die kämen dann da quasi durch? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also das ist ziemlich unnachlässiges Dickicht, weil Shaiyariel und Seri jetzt ja schon gesehen hast, dass sie da ohne Probleme rüberkommen. Bei euch wird es halt ziemlich schwierig, da sich jetzt in das Dickicht zu schlagen? Also außer durch die Bresche, die ihr geschlagen habt schon und wodurch ihr hingekommen seid. Es geht ja darum, dass ich mal das so ein bisschen wie so von wegen können Snorri und ich, wenn wir uns in also wenn die wieder zurückgehen, den Weg, den wir hatten, können Snorri und ich uns dann quasi vorne hinstellen, so dass aber die Elfen laufen ja mehr oder weniger oben drüber, richtig? Ja, aber das ist momentan die einzige Option, die irgendwie halbwegs sinnvoll für mich wäre, um wieder einen taktischen Vorteil zu kriegen, richtig? Dann würde ich Leute sagen, genau, wir ziehen uns langsam zurück wieder ins Dickicht und Snorri, wir halten vorne die Position und guck nochmal zu Shaiariel, reden hilft hier nicht weiter bei dir, du redest doch immer so gern mit Tieren. Sie scheint das zu versuchen, aber es kommt keine Antwort anscheinend. Oder ist das wieder eins von diesen Träumen? Ich meine, sind es 13, das war nach letztens auch 13 Winde, oder? Ja. Vielleicht sind das da irgendwelche Kreaturen von diesen Dasa- Leuten. Eins von diesen Wesen schält sich jetzt aus dem Dickicht heraus. Gelb leuchtende Augen, ansonsten völlig schwarz. Ich fixiere ihn. Körperliche Gestalt oder Körper, also so Nebelgestalt? Es sieht aus wie ein Wolf mit gelblichen Augen, also so gelbglühenden Augen. Ungefähr die Größe, also das ist nicht so halb, also richtig groß. Großes Tier. Und das, was das merkwürdigste ist, dass das Ding auf diese Lichtung tritt, scheint es so ein bisschen, weil es aus dem Schatten herauskommt, nur das Licht seiner Umgebung aufzusaugen. Und das Einzige, was nicht schwarz ist, an ihm sind wie großen weißen Hauer und hellen Zähne. Okay, auf jeden Fall kein einfaches Wildtier-Szenario. Hashmero hält ein Dolch bereit, vielleicht hilft er auch hier. Hashmero steht schon so ein bisschen angespannt, fixiert das, was sie an gelben Augen packen. Was sagt unsere Magalfaktion zu den Tieren? Professor Silber, Moment, ich habe hier ein Buch und dann stellst du seinen Rucksack ab und kamst du in seinem Rucksack herum. Adamhaft. Okay. Irgendwelche Hinweise? Also wir müssen da durch, richtig? Wenn wir weiter wollen. Wollen wir. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock da hinten durch diese schönen Winde nochmal durchzugehen. Ehe auch nicht. Okay, macht euch kampfbereit, es hilft ja alles nix. Oder kannst du reden, du Ungeheuer? Wie gesagt, wir haben uns so in dieses Dickicht zurückgestellt, kommen die trotzdem an uns vorbei oder haben die nur so diesen Halbkreis? Die scheinen euch zu umrunden. Okay, die scheinen also das Dickicht scheint die nicht wirklich aufzuhalten. Anscheinend nicht, ne. Na, super. Okay. Also die Augen verschwinden manchmal und tauchen dann irgendwo anders wieder auf. Dann so sternmäßig aufstellen, also alle nach außen blickend in dem, also da wo die Lichtung ist, alle so nach außen gucken, quasi Seite an Seite, Rücken an Rücken, dass sie uns nicht in den Rücken fallen können, sondern dass da immer quasi jemand steht. Können wir machen? Okay, die verwundbarsten in die Mitte und der Rest versucht so einen kleinen Kreis drumherum zu machen. Die Frage ist, wen zählt schon als verwundbar? So ein Silberhaar im Zweifel, der am ehesten einen wegkriegt oder so. Ich weiß es nicht. Also ich habe ja keine Soldatentruppe. Im Zweifel zwei Silberhaar, Tasia und Shaiyari, weil Shaiyari einen Bogen hat. Kann sie mit dem Bogen von innen auch angreifen, ist dem nicht ausgesetzt. Können wir uns wegschießen, an uns vorbeischießen. Wenn wir es irgendwie hinkriegen, Fernkämpfer nach innen, Nahkämpfer nach außen. Genau. Und dann, als ihr euch gerade positioniert hat, schwirrt auch schon der erste Wolf heran und springt auf Shaiyari los, die er einen Pfeil von der Sehne lässt und das Tier einfach mitten in der Brust trifft, der Wucht schlagt, das Ding in den Sprung ein bisschen abfedert. Dann nicht mit dem Schild? Hm? Also, wenn sie ist der Fernkämpferin quasi in der Mitte, in Anführungsstrichen in der Mitte von uns ist, bin ich in der Position, dass ich dieses herannahende Tier mit dem Schild irgendwie ablocken kann? Ja, klar, der springt dann auf das Schild drauf. Und der Pfeil scheint immer mal nicht großartig was ausgemacht zu haben. Er verschwindet quasi in diesem schwarzen Körper. Hätte ihn dann nicht nur mit dem Schild, sondern gleichzeitig auch noch mit dem Schwert in Empfang genommen? Der Wucht des Aufpralls lässt dich schon ein bisschen nach innen taubeln. Und jetzt merkst du auch wieder die Schmerzen auf dem Rücken von gestern? Was gut, die halten mich wach. Ja, da würde ich halt also quasi wenn das viel drankommt, würde ich mit dem Schwert so seitlich wenn es geht so Richtung Kopf oder sowas stechen und gucken was passiert. Stichst nach oben weg in die Seite des Dingen scheinst halt wie vor eine Wand zu schlagen mit deinem Schild äh mit deinem Schwert. Merkst halt richtig so diesen Widerstand das ist halt kein also du weißt ja wie sich das anfühlt wenn man auf ein Wesen drauf schlägt oder auf ein Ziel drauf schlägt das ist als würde es vor eine Wand schlagen. Okay das ist also noch krasser als bei dem Vampir. Ja definitiv der Vampir war völlig anders ja. Äh okay alle Leute die was magisches tsching 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 raushauen konsolten das mal versuchen weil mit meinen Waffen komme ich nicht weiter der Wolf da jetzt vor dir steht jetzt auf dem Boden und du siehst jetzt irgendwie vor dir diesen den Schattenschlag den du irgendwie vor dir machst aufgrund des Lichtes und er scheint jetzt in dem Schatten von dir selbst zu verschwinden so sackt so in den Boden ein was soll den Niederhöllen pass auf die Schatten auf die scheinen darin zu verschmelzen hinter dir in Schayarils Schatten wieder auf zwischen euch ich drehe mich zu den Magiern um und zu den Magisch Programmen so viel Licht wie möglich flimm flamm funkel mein Tassian genau alle überall keinen Schatten also möglichst viel Licht möglichst wenig Schatten Schnell kommen vier Lichtkugeln zum Vorschein und einen Gwent Petril Stein Lichtkugeln und einen Gwent Petril Stein Hey ich hab diesen Stein gekriegt und alles was ich bisher machen kann ist damit es hell und in Dunkelheits Situation die wir bisher hatten hat der bisher nur geflackert oder war eine Witzfigur weil die flimmflamseller sind irgendwas muss der doch gut sein Mensch holt die Baustrahler raus ja genau ich hab hier noch so eine Kurbeltaschenlampe so Maglite ja zum schütteln ok ja die die anderen Wölfe weichen zurück als das Licht angeht quasi und der Wolf hinter euch versucht jetzt Lumin in den in den Rücken anzugreifen quasi das Schild halt nicht Hans und beißt dir einmal in den in den Unter also in die Wade spürst halt das schraubstockartige Gebiss weil es ist an deiner Panzerten Stiefel ab nagt ja dann guck ich sehr sehr unglücklich und mit der einen Hand drück ich diesen Benpetülstein auf das Vieh mit der anderen versuche ich mit dem Schwert nachzuhauen in der Hoffnung dass das Licht irgendwie eine Schwachstelle bildet oder so ja wie gesagt es ist als wenn du gegen den Wand taun würde ok gut hat null effekt ok verstehe ich ja nicht null würdest nicht sagen der zuckt schon dann drunter aber es ist halt es fühlt sich so an als würdest du gegen die Wand schlagen reagiert ihr denn irgendwie auf das Licht von dem Benpetülstein wenn ich den Stein direkt auf den drauf drücke ja der zuckt halt ein bisschen zurück er hat er nicht viel Platz deswegen mehr als wenn ich mit dem Schwert drauf haue ne ok brauchen leuchtende Schwert das wäre gut ja so ein Flammenschwert wäre jetzt gut weitere 150 Dukaten vielleicht kriegst eins wir haben ja gelbe Augen hast du gesagt ne ja dann würde ich gegebenenfalls ja mit dem Schwert versuchen auch wenn die nah an meinen Füßen sind irgendwie in die Augen von dem Vieh wenn er schon eine Rüstung hat wie sonst was das soll mich loslassen ja gucken wir erstmal was die anderen machen Snorri hat auch ein zwei Wölfe vor sich und schlägt jetzt aufgrund des verschiedenen Lichtquellen auch verschiedene kleine Schöpfen ja ich versuche mit so einem Wuchtschlag mal vor mir so mit der Axt ordentlich dem Kopf weg zu holzen ja der wuchtige Schlag fallt auf den Wolf du hast auch du das Gefühl vor eine Wand zu hauen mit dem ja das macht auch dieses Metall auf Stein Geräusch aber das Wesen vor dir zurück geschleudert aufgrund der Wucht die du benutzt hast für den Schlag das andere Wesen jedoch springt auf dein Schild und verbeißt sich so ein bisschen in dem Rahmen davon und zieht daran die ganze Zeit Tashmiro ja sie wird gucken auch den Wolf sich vom Hals zu halten der auf sie zugeht und mit ihrem Dorch entsprechend zustechen hast du innen oder außen ich bin außen denke ich dann hast du auch so zwei Wölfe gegen dich bist du auf Dolch Reichweite dran ja ich gebe zur Not auf den zu und stehe auf den einen also verlässt die formation ja also ich guck mal wenn die halt rankommen dann nicht ansonsten wenn die halt nicht rankommen dann wende ich mich vielleicht wenn sie sich dem Wolf zu der Lumina hat und schwirrt dem in die Seite der ist ja nach innen stimmt der ist innen der Wolf der ist zwischen Lumin und Shaiariel na kommt schon ihr feigenbiester ja dann springen die ich brauche beide relativ gleichzeitig an dem einen kannst du ausweichen und der andere trifft dich nicht mit dem Biss aber aufgrund der der Wucht des aufprallst wie gesagt die sind so kalbsgroß reißt er dich zu Boden Mero wird dann entsprechend den Dolch nach oben ziehen oder beziehungsweise von der Seite ihm knirschendes klirrendes Geräusch wenn du den Dolch so vor eine Wand haust kommst du auch nicht durch das schattige dunkle Fell durch aber du hältst ihn so mit der Dolchspitze und es so knirsch knirsch wenn du so ein Messer auf so eine Wand ganz ekliges knirschendes Geräusch gibts was zum Geier während er natürlich die ganze Zeit mit seinem Maul nach dir schnappt der Hals Mero wird dann gucken dass sie versucht dann von unten den Hals verwischen weil sie weiß dass da Schwachstellen ist halt unter dem Kinn sie da den Dolch reinkriegt ihr rauft ein bisschen und rollt euch über den Boden und einer der anderen Wölfe schnappt ins Leere während ihr euch da rollt und er wollte wohl dein dein Bein zu fassen bekommen da wird dringend ein Hammer benötigt mein Bini ja genau und du schaffst es auch den den Dolch in den Hals anzusetzen aber auch hier wieder nur so ein schmirgelndes knirschendes Geräusch und du kommst einfach nicht durch das Fell durch ja vielleicht Tashmero beim rollen das über diesen Hammer rollt den sie ja dabei hat wird dann den Dolch gucken dass sie den weggesteckt bekommt und dann den Hammer holen und mit dem Hammer den Vieh eins überzimmern ja irgendwie dieses Dolch vielleicht loslassen und den Hammer sich dann rausholen dass der Dolch auf Abstand ist aber das ist ich glaube du musst das Ding erstmal loswerden bevor du irgendwas in deiner Tasche greifen kannst also du kannst natürlich danach greifen aber in dem Moment würde das Ding halt ohne Widerstand auf dich drauf beißen können dann du musst ja alle deine beiden Hände dazu benutzen das von dir wert zu halten sonst beißt es dir voll ins Gesicht hört man Tashmero etwas murmeln und von einer aus dem Boden neben ihr wird so eine naja es erschreckt vielleicht einige eine wird so eine Schattenranke herkohlen die sich um diesen Wolf schlingt und den von ihr runterzieht genau zieht die Schattenranke den Wolf von ihr runter gut ja es soll wie so also aus dem Schatten da raus kommt ein Schatten Tentakel und zieht den schattigen Wolf von Tashmero herunter einfach mal den Schatten mit Schatten bekämpfen ja ja woraufhin sie sich aufrappelt durch wegsteckt und dann den Hammer zieht und dem gefesselten durch eins überziehen würde schießen ein paar Feuerlanzen durch die Gegend stecken einen der Wölfe in Brand und ein weiterer Wolf greift jetzt Lumin von hinten an springt er auf den Rücken während du mit dem anderen Frodja zwischen Nia und Schayari beschäftigt bist drückt dich so ein bisschen nach unten und in die Knie was kann ich also ich habe versucht dann auf diesen unteren Wolf drauf zu stechen der sich da so ein bisschen in meinem Bein verbissen hat und wenn mich dann plötzlich was von hinten anspringt und ich es tatsächlich schaffe mit einem Schritt mit dem losen Bein nach vorne vielleicht sogar abzufangen weil wenn das Vieh kalbsgroß ist weiß ich nicht ob allein die Wucht reicht schon aus um nicht in die Knie zu zwingen wahrscheinlich dann komme ich dem anderen wohl näher vorne zu brücken wenn es da drin gebissen hat dass es quasi sich an den runter schweißen kann also wenn du verstehst genau so wird es passieren es beweist sich in dem schwert du ziehst das schwert nach vorne weg und mit aller körperlicher Kraft ziehst du mit seinen scharfen krallen über deinen Rücken nach vorne es macht so ein ekliges Geräusch auf dem Rücken und auf der Rüstung da sind so viele Kratzer drauf ein paar mehr machen die Kleidung wird total zerfetzt jetzt in diesem Moment es klappt und schayariel drückt dem ding halt wenn du das nach vorne ziehst einmal ihren bogen ins maul und zieht einmal fett ab und das wolfs ding hat jetzt einen großen pfeil quer im maul stecken also es ist dann wieder auf dem Boden liegend auf dem rücken vor beeindruckend schayariel beeindruckend sage ich aber nicht weil ich habe immer noch sowas am bein steht das ding wieder auf dem sind pfeil im maul ja da sind wir später dann ja als letztes hatte sich einer der Wölfe in meinem Schild verbissen zieht jetzt die ganze Zeit mit also versucht das wie so ein Hund mit seinem Spielzeug aus deinem Arm raus zu schaffe ich es quasi mit einem Art Stoß auf den Boden den Kiefer also nehmen wir an das Ding hat sich so von unten verbissen und ich werde das versuchen so zu Boden zu drücken mit irgendwie viel Kraft im Arm und mit dem anderen Arm oben drauf dass es sich quasi ein Kiefer bricht das werde ich jetzt versuchen das gelingt dir sogar du nimmst deine ganze Körperkraft und versuchst das Ding nach unten zu ziehen beschattest damit aber die Lichtkugel über dir und du ziehst das Ding auf den Boden und in dem Schatten den das Schild unter dir wirft verschwindet dieser Wolf einfach unter dir während du ihn auf dem Boden rammst verschwindet einfach im Boden im Schatten und taucht aus Tashmeros Schattententakel wieder auf und kommt zum stehen während der andere Wolf im Schattententakel um sich beißt und irgendwie dann macht es einmal und wird zerrissen macht wer von den Schattentakel die Tentakel oder der Wolf der Wolf der in dem Tentakel war den du runtergezogen hast damit der wird zerrissen gerade aber währenddessen springt ein anderer aus dem Schattententakel heraus den Snorri gerade auf den Boden gedrückt mach mehr Wolf und zerreißen der Tentakel hau raus das ist so anstrengend oh es tut mir leid dass es so anstrengend ist wir sind hier in einem Kampf auf Leben und Terror und dann ist es ja damals so anstrengend das ist okay das ist wahrscheinlich so Tashmeros und Affekt einfach diese Tentakel mit einer Handbewegung wieder um zum Wolf lenken die Tentakel ist ja wahrscheinlich noch da jetzt stehen es ja wieder zwei der eine von Snorri und der andere der vorher schon da war ja den einen der da der wahrscheinlich der aus der Tentakel noch so halb drin ist wird jetzt von der durch die Handbewegung umschlungen und verschwindet im Tentakel aufgesogen dann hast du einen Vorsicht und dann guckst du kurz in die Richtung wo der Ruf herkommt und dann siehst du Alriccio und Castellani wie sie zusammen so einer vorne einer hinten so einen Wolf an allen Vieren gepackt haben und den so in deine Richtung schmeißen mit der einen Hand den Hammer mit der anderen die Tentakel nach vorne reißen nämlich diesen Wolf versucht den Wolf irgendwie zu in Empfang zu nehmen hau auf diesen ja lenken der Hammer und der Dolch glühen kurz auf gibt so ein silbriges Schimmern und durchbrechen die 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 Haut des Wolfes und der wird so in der Luft während der so versucht sich irgendwie im Flug so wieder auf dich auszurichten aber schafft das nicht richtig und kriegt halt den deinen Dolch von Plätt in die Kehle den Hammer vor die Fresse gehen in den Kopf weil ja der Dolch ist grad nicht zerfließt wie so ein Teerbrocken irgendwie unter also vor dir über dem Dolch und dem Hammer gut Lumin wenn man doch sowas am Fuß hängt ja und was ist mit dem Vieh was den Pfeil in den Mund gekriegt hat das rappelt sich langsam wieder auf dann würde ich da Dinge in denen stecken bleiben was in deren Mund fährt würde ich ganz gerne das Schwert in seinen Maul rammen spätestens dann wenn das aufmacht um mich zu beißen ja versuchst es ins Maul zu treiben aber aufgrund irgendeiner sehr sehr abnormen Bewegung dehnt dir so ein bisschen seinen Hals und das macht wie so eine Schlange oder der wird länglich und dehnt sich und dann stößt du quasi in so ein in die entstandene Lücke rein so dass er ganz schnell wieder raus ziehst das Schwert sofort wieder zurück bist irgendwie verwundert dass das Ding sowas kann hat quasi so seinen Kopf verlängert und halt so verformt dass es halt dem Schwertstich ausgewichen ist schnappt schnappt dann wieder nach dir oder erwischt nur dein Schild traumhaft verdammt hat irgendjemand eine Idee oder eine Taktik fährt der eine an dem Schild eine Feuerlang schießt du an deinem Kopf vorbei und versenkt dir so ein bisschen so den Scheitel an der Seite hey vorsichtig und da Tassia mit seinem brennenden Stab so Entschuldigung gut kann ich sich anmeckern kann ich sie später ja dann also wenn er sich wieder in meinem Schild verfängt und der andere dann würde ich die vier verschwinden noch im Schatten wenn sie wollen oder anscheinend ich würde mit dem ja keine Ahnung ich würde den einen Wolf jetzt auf den anderen drücken wollen wenn das irgendwie geht so mit dem mit dem Schild den auf den anderen und ich glaube das denn mit meinem Schwert in sein Auge zu stechen ja der weicht dir dafür aber leider aus wieder mit diesem merkwürdigen tentakeligen Ausweich Manöver kann ich denn meinen Fuß dann da rausziehen klar also das klar du bist jetzt inzwischen wieder frei du hast ja versucht zu stechen und dann der ist jetzt mit dem Schild beschäftigt statt mit deinem Fuß wird dann auch nur noch in den Raum werfen hat irgendjemand schon eins von diesen Drecksviechern erledigt klar meint Silberhaar dann mach weiter okay wenn ich versuche die anderen hauptsächlich von den fernzuhalten weil so richtig das machen kann ich ja anscheinend nicht ja Snorri wie viel habe ich vor mir zwei wieder Wuchtschlag aufs Maul so also genau ist wieder dieses knirschende Geräusche die werden allein schon durch die Wucht zurückgetrieben du treibst sie quasi wie so eine Windmühle so vor dir her kommen halt nicht an dich ran aber richtig Schaden machst du den anscheinend auch nicht du siehst auch irgendwie eine Wunde die du zu geschlagen zu haben scheinst und im Kopf des Wesens wurde so ein Ohr so ein halbes Ohr abgeschnitten sich so langsam wieder formt aus dem Schatten ich bin ja kurz überlegt ich habe ja so magisch schnell auf Elfenstiefel ob die magische genutzt sind die Viecher zu treten aber sind nur fürs Laufen Könnte ich auch ja vielleicht gehe ich jetzt mal gehe ich jetzt mal quasi Sonic Mode und versuche mal irgendwie schnell sehr sehr schnell zu laufen und dabei sehr sehr schnell zu hauen läufst du jetzt ganz schnell und also werden meine Schläge dadurch auch schneller oder nicht ich muss mal gerade gucken was die Schuhe nochmal genau machen ich glaube schon muss ich das mal gerade suchen währenddessen kann Tashmeru ja schon mal beschreiben was ihm als nächstes vorhat der hat jetzt nur einen Wolf vor sich Tashmeru hat inzwischen der einen der anderen sind ja alle in dem Schatten versickt ja oder auch auf den Dolch nochmal tauschen mit dem Hammer nicht richten und dann in der Angriffsstellung gehen und auf den Wolf zustürmen und nimm das mit dem Dolch von der einen dem Hammer von der anderen Seite vielleicht ein bisschen ungelenk aber auf den Wolf zustürmen auch in der Nähe der Tentakel halten sonst Tentakel auch vielleicht auf den Wolf greifen kann Tentakel ist gerade mit seinem eigenen Wolf beschäftigt und du stürmst jetzt quasi aus der Formation auf einen Wolf zu ja so ein bisschen Snorri und Tashmeru haben also die Formation verlassen oder wie ein bisschen haltet die Formation ich bringe ihn zu dir Schätzchen ich hab schon zwei danke der weicht vor dir zurück der Wolf und treibst ihn quasi vor dich her Numin ich verlasse nicht die Formation sondern versuche diese Viecher von den Leuten die mit Feuerlanzen um sich schießen fernzuhalten in der Hoffnung dass diese Feuerlanzen mehr bringen als mein Schwert das heißt ich würde mich hauptsächlich auf die Verteidigung kümmern und darum die Leute zu beschützen die bei mir in der Nähe sind als dass ich jetzt wirklich aktiv angreife ja machst du ein Bollwerk quasi und dann schießen tatsächlich irgendwie Feuerlanzen und Pfeile an dir vorbei von Chayari und Hashmiro und du siehst dann irgendwann auch Seri so über dich springen ihren Speer so tief in den Schatten Wolf so zwei Meter vor dir irgendwie vergraben die ist halt jetzt aus der Formation rausgesprungen aber hat jetzt einen Wolf erledigt anscheinend weil der vergeht jetzt wie so eine Teerfütze unter ihrem Speer der so kurz aufgeleuchtet ist ja Snorri du bist jetzt wirklich inzwischen komplett schnell also alles ist schnell an dir jetzt hier quasi ziemlich schnell ja ist es auch schnell vielleicht sogar das erste Mal dass du das verwendest ja also ich versuche sozusagen so viel zuzuhauen wie wie nur möglich in ja sehr kurzer Zeit also stellst dir wirklich so vor du bist auf einmal doppelt so schnell wie du schnell bist aber ohne das vorher irgendwie mal ausprobiert zu haben genau so wirkt das ungefähr okay also es nur die Geschwindigkeit nicht deine Fähigkeit damit umzugehen beeinflusst okay wie sieht das aus ja Snorri rennt und ist also es sieht so ein bisschen aus wie so ein Blitz über Flash alles verdammt nicht rum auf einmal ganz langsam so ein Wirbelsturm ich versuche mich da so durch die Schatten zu hacken aber das Ganze sieht wahnsinnig ungelenk aus auf der anderen Seite und völlig wirr ich versuche aber trotzdem Treffer zu landen und wenn Lumin jetzt die Formation anschaut siehst du irgendwie aus der Formation heraus wie Snorri da so raussportet mit Wahnsinns Geschwindigkeit und dann siehst du ihn auf einen so einen Wolf einhacken so kannst du die Axt schon gar nicht mehr sehen so schnell er hackt da drauf ein da geht das Ding wenigstens ja ist ja also es scheint Auswirkungen zu haben aber es macht auch echt fiese Geräusche von der Axt schneller Snorri schneller das ist viel und langsam also ich stelle das gerade vor wie so ein Cartoon weißt du wenn die mit so irgendwann mit so einem Knüppel schlagen du siehst du siehst nur die Schemen von dem beschlagenen Axt wie dieser Wolf langsam in den Boden gehämmert wird wie so ein Presslufthammer genau Chuck Snorris ja während die Schattentakel ihren Wolf irgendwie wieder zerreißen und dann irgendwie in den Schatten wieder sich verziehen hat Taschmero auf einmal keinen Gegner mehr weil sie ihren Wolf da gerade mit ihrem Hammer und Dolch ja getötet hat stehst aber jetzt außerhalb der der Formation und siehst halt dass ein Wolf durchgebrochen ist zu Silberhaar und sich jetzt vor dem steht und der ich mein Rucksack nimmt seinen Rucksack ja das Schmero die ähm geht schnell und läuft dann rüber setzt äh zum kleinen Rungern und hüpft so ein Kalb würde sie auf den Rücken hüpfen dem Wolf und auch mit dem Dolch von oben in den Nacken knirsch knack das der Wolf hat ein ziemlich dichtes Fell anscheinend das macht wieder so ein knirschendes Geräusch kommst nicht da durch und das Vieh schüttelt sich und Alricio taucht neben dir auf und zieht so das elfische Amulett was er gesagt hat nimm das Wolf und presst es so auf den Wolf drauf und der Wolf interessiert das anschein gar nicht Alricio guckt so komisch ja ich sag immer ich sag immer für meine Bauern weiß halt weiße Amulett für Schutz und Waffen für Angriff aber gut man kann ja auch mal anderes ausprobieren ich behalte die Taktik also ich versuche die Wölfe und das ja zu 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 schützen genau damit die mit ihren Fernen mit ihren Feuerlanzen und ihren Schildern machen können und ich dann wird ihr zu dritt den letzten Wolf auf eurer Seite irgendwie Glieder machen können im Zweifel wenn es wirklich nur noch einer ist oder so würde ich mir wenn möglich packen und ihn so halten dass Pfeile und Feuerstrahlen gut treffen können machen wir es kurz die letzten Wölfe werden dann mit eure vereinten Kräften platt gemacht und dann irgendwann ist keiner mehr über und ihr schaut alle zu Snorri der noch einen Wolf über hat aber die ganze Zeit so in Geschwindigkeit auf den drauf kloppt Snorri geht es hier gut langsam gewöhnt sich Snorri an diese Geschwindigkeit das ist der Wahnsinn das ist der Wahnsinn dann dann ist der Wolf auch vergangen Geschwindigkeit nimmt wieder ab so ganz langsam wie so ein Auslauf in der Pressdufthammer und dann sieht Snorri das erste Mal dass er jetzt so total schartige Axt hat also so komplett so überall so Risse Knarren Knarzer du hast halt jetzt die ganze Zeit über vorne so eine Wand gekloppt dass die einfach durch pure Kraft einfach durchbrochen das ist nicht gut für die Axt er flucht verflucht okay ich drehe mich zu den Magiern wer auch immer Snorri verzaubert hat das sollten wir trainieren dass er das gegebenenfalls bei nächster Gelegenheit bei mir auch ich zeige auf meine Stiefel das sind die geilen Elfenträter das sind die Elfenträter die ich bekommen habe so zeige auf die Schuhe ich hole nochmal meinen Petrülstrein aus der so schön leuchtet so der leuchtet schön grünlich schimmernd vor sich hin kannst du auch irgendwas du doofer Stein außer zu leuchten hey jetzt bleib steinig aber du hast immerhin noch ein scharfes Schwert guck auf die Art irgendwie so ein schöner berauschender Zustand Snorri mit dem schnellen sein jetzt ist alles so langsam die Leute reden so langsam das das haben sie vorher auch ja also das blut in deinen adern kommt jetzt langsam wieder so läuft jetzt wieder langsamer alles war beschleunigt an dir quasi ich frage mich warum ich nicht durch die verdammte Ebene so schnell gelaufen bin das ist eine gute Frage aber dann hättest du uns zurücklassen sollen weil wir glaube ich alle nicht diese Stiefel haben sondern nur du aber bevor wir weiter reden sollten wir auf jeden Fall schleunigst gucken dass wir aus diesem Stück rauskommen nicht dass uns weitere Wölfe angreifen ich konnte nichts mit meinem Schwert anrechnen es war selbst mit meinem Dolch denen schwer beizukommen ich gucke auf die Axt die Axt ist völlig hin die ist quasi nicht mehr zu gebrauchen jetzt ein guter Schmied wird sie retten können aber hier ist jetzt ja gerade keiner ich kenne ein bei mir im Dorf ich mache mir das Ding wieder an den Gürtel aber du hast drei Wölfe damit gepallettet immerhin immerhin ich habe ja noch die Kleine am Start ist das viel durch meine Stiefel durchgekommen oder es hat deine Stiefel so ein bisschen ramponiert also eine Schnalle abgebissen also Stiefel ramponiert Kleidung ramponiert die Rüstung hat gehalten aber die Kleidung ist hin großartig hervorragend ich freue mich wir sind richtig im Arzt ja so ein bisschen wir haben echt Glück gehabt die anderen sind auch leichte Blessuren davon getragen ok irgendwelche Verlust zu verlagen sind wir alle vollständig mein Rucksack mein Rucksack was mit dein Rucksack die Schnalle ist kaputt ok also keine Verluste zu beklagen doch meine Angst meine Angst das ist ein Verlust mehr als die Schnalle von dem Rucksack ja tatsächlich soll ich euch den Schnallen nähen das können wir mal bei den nächsten Rast machen solange muss der Rucksack so halten wir sollten hier möglichst schnell aus diesem Wald raus kommen das ist ein bisschen zugig am Rücken aber ich kann meinen Rucksack her her Ja aber was wie er aus dem Wald heraus kommt das werden wir dann erst beim nächsten Mal im neuen Jahr erst erfahren und für heute ist unsere Session vorbei oi 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 grandos ja dramatisch ja streng dramatisch das erste Mal Tashmeros Schattententakel und Snorris neue Stiefel in Action gesehen die Schattententakel habe ich tatsächlich überrascht ich hatte nicht gedacht das ja ist schon 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 cool ja habe ich das irgendwie mitgekriegt diese Schattententakel weil ich so ein zwielichtiger Wald ich habe wahrscheinlich in eine andere Richtung geguckt ja vielleicht hast das irgendwie im Augenwinkel gesehen aber vielleicht waren das ja auch Sachen von den Wölfen die da gemacht haben wir werden das am nächsten Lagerfeuer bestimmt nochmal besprechen also wenn dann haben es Ayrichio und Castellani besser mitgekriegt oder Snorri vielleicht die waren an der anderen Seite ja ich bin bei jetzt im Nachgang nichts gemacht ein ich habe eigentlich nur die Schattententakel gezeichnet gemacht so geht es noch Gnadenstoß wirken können das macht ja mehr Schaden für das nächste Mal ich muss da noch ein bisschen reinkommen noch ein bisschen Kräfte raushauen ich wusste jetzt auch nicht genau was die genau machen aber das passt im Grunde und hätte ich Schaden genommen hätten wir den Schaden die Lebenspunkte sofern die Viecher der Mecher haben übertragen es ist so ein bisschen Vampir-Stil nein ich würde aber schon sagen nein wie kommst du drauf du trinkst das Blut deiner Opfer und führst es mit deiner Energie zu also ich finde das das hat noch niemand gesagt dass sie das tun das kam noch nicht zur Sprache ja aber du hast es ja gerade gesagt nein es ist nicht das Blut was denn die Lebensenergie aussaugen das ist halt die Macht von Mario das ist nicht Blut trinken die Vampirgötter okay schon abgefahren um Stiefel zu haben die Stiefel sind auch krass ja ja auf jeden Fall ja aber es ist doch das Schöne du hast die tollen Stiefel zerschmierert die tollen Teuf ich habe einen leuchten Stein den Hammer Hammer Time der nicht leuchtet was macht er er leuchtet blau ein blaues Licht was macht es es leuchtet blau aber auch nicht immer stetig bei übernatürlichen Dunkelheit fängt er an zu flackern ich muss uns eine Frage zu diesem Gwen Petrülstein inwiefern weiß man über dessen Herkunft und dessen äh Ursache des Leuchtens Bescheid als normal stetig also das was alle Leute wissen ist dass Gwen Petrülsteine alle der Effertkirche gehören okay gut eigentlich darf das niemand haben außer also wenn du einen findest musst du den auch sofort abgeben mache ich das nächste Mal wenn ich eine Effertkirche sehe versprochen ist das Ding los und dann wirst du mit Reichtümern überhäuft nein wahrscheinlich du gibst einfach nur eine Effertkirche ab und die sagen danke und dann kannst du wieder gehen ich hoffe es hat euch Spaß gemacht äh ja sehr auch lustiger Kampf vielen Dank für die gute Unterhaltung äh für die gute habe ich ergänzt aber Unterhaltung ja vielen Dank wieder an die Runde meint der Gevatter bitte 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 schön dass ich mal wieder hier den Bini gelesen hab das war freut mich dass der Bini mal wieder reingehört lange long time no see ja wenn wir noch Bini aus den ersten Tagen des Nordpols noch eine sehr bekannte Person sagt mir jetzt nichts ihr seid ja auch nicht an den Anfängen des Nordpols dabei gewesen nee bin recht spät erst eingestiegen ich denke gesagt auch wie immer eine unterhaltsame Runde vielen vielen Dank vielen vielen Dank wenn ihr das später nachschaut dann könnt ihr uns ja auch eine Bewertung hinterlassen oder so oder es weiter empfehlen ähm ja und Kommentar schreiben wenn man das ganz nett wenn ihr noch ein bisschen Werbung machen wollt ihr die hier die ihr anwesend seid könnt ihr das gerne machen dann sucht uns jetzt dann fang ich einmal an also ich bin alle zwei Wochen beim Koadi in äh der Sternenträger Kampagne äh kommt gerne und guckt zu jetzt trifft ihr bist du oder ja ähm ja wie immer in dem Sonntags nach Koali am Mittwoch findet ähm Wesen bei Zeitiger und in der Leitung von Odakin statt schaut mal rein wir haben tatsächlich sehr sehr wenig Zuschauer und es wird gerade spannend wir steuern auf das Ende des ersten Abenteuers und auf den Kampf gegen unser erstes Wesen zu als Gruppe wir sind noch ein bisschen planlos wie wir gegen das Wesen vorgehen aber schaut rein ihr habt ihr noch ein bisschen Zeit euch die ersten beiden Folgen anzuschauen dann freue ich mich von euch zu hören im Chat bei Zeitiger am Mittwoch ab 20 Uhr kannst du jetzt von den Kämpfen äh gegen gegen dämonische Schattenwölfe äh berichten vielleicht hilft das ja 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 das ist leider ein anderer Charakter braucht nur einen wahnsinnigen Wikinger der mit Stiefeln schnell äh die Dinge kaputt hat äh den kriegen wir dann vielleicht in Norwegen aber wir sind ja gerade in in London des äh ausgehenden 19. Jahrhunderts auch in England haben sich auch eine Zeit lang Wikinger rumgetummelt soweit ich weiß genau ja dann schreibt doch einfach mal im Oderkind vielleicht brauchst du noch ein bisschen Inspiration aber ich glaube das Wesen mit dem wir es zu tun haben sie hat uns schon angedroht ist auch nicht so ganz ohne ich drücke euch die Daumen ja danke danke ja ich war heute ganz ganz verzückt ich habe nämlich die neueste Schattenläufer Episode von Micha gehört das ist ja ein deutscher Shedderan Podcast und der hat sozusagen gesagt was er nächstes Jahr plant und er hat auch immer so ein Story also so Story Episoden und hatte aufgerufen dazu dass man quasi NSCs einschicken könnte und ich habe das mitgemacht mit zwei meiner NSCs aus meiner letzten Shedderan Episode und die werden in dem Ding vorkommen ich weiß noch nicht wann ich weiß noch nicht wie genau aber freut euch auf Mama Midnight und Papa Noah zwei Voodoo Zauberer also der eine ein sehr sehr hagerer Elf die andere eine eine Trollmama die eine Suppenküche betreibt und Voodoo Zauberin ist und der der andere ist Voodoo Zauber und Bestatter und Leichentransporteur und Straßendock die beiden werden in dieser in dieser Geschichte vorkommen ich bin selbst ganz gespannt wie und was das wohl geben wird beim Lord of the Dice ist Micha im Schattenläufer im Jahr 2024 also nächstes Jahr ja ja genau und aber wahrscheinlich nicht in drei Wochen das klang jetzt nicht so also ja schön dann bevor ich euch entlasse und wir gleich zu Patzen auf hohem Niveau schalten guter Kanaltitel finde ich wünsche ich euch noch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neujahr übertreibt es nicht mit dem rüber rutschen und gehabt euch wohl und so tschüss 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 oh schade schon vorbei alles aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen zum Beispiel das da oder das da mach das mal tschüss oh tschüss auch oh oh Vielen Dank.